Natürlich noch Werbung auf Twitter, weil ich's kann. Ja, momentan ist es nur Standbild vom Hauptmenü, weil das Spiel ist minimiert. Moment, zeig dir immer noch Waffline an. Ja, was sagt er hier? Musst halt gucken, wo die Waffen sind und dir entsprechend die Gegend aussuchen. So. Gute. Fortsetzen. Ist dumm, ist natürlich das Kopper auch nicht da. Der wollte ja eigentlich... Der fand es ja schade, dass er nicht zugucken konnte, wie die Base gebaut wurde. So. Ich muss erstmal überlegen, was war letztens der Fall? Letztens war der Fall, dass ich zu blöde war, ein Auto zu fahren. Deswegen wollte ich mir das Auto neu bauen. Und die Base will ich auch umbauen. Da hab ich heute so auf der Arbeit drüber nachgedacht. Ne, wenn man nichts anderes zu tun hat gerade. Ne, mir sind einige Sachen eingefallen, die hier eigentlich total schwach sind, die ich gemacht hab. MP wäre ja sinnvoll, mit einem Panorama-Visier brauchst du ja keine große Reichweite. Panorama-Visier, willst du Karten machen? Ja, schön. Postkarten, ja. Naja, das ist halt wie ein... Ähm... Es gibt ein Comp-M4, das hab ich eigentlich standardmäßig immer drauf auf meinen Waffen. Hat ein zweifach-zoom. Und das Panorama-Visier ist ein Holo-Visier mit Fadenkreuz und recht gutem Blickfeld. Das andere hat immer so fette Rahmen drumherum. Und das Panorama-Visier hat halt einen schmalen Rahmen und ein breites Sichtfeld. Also so ähnlich wie in Planet Sight, die einen verblocken dir die Seite, die anderen nicht oder was? Hm, ja genau. Sicher, Micro-T1 ist halt ein... Hat nur ein kleines Guckloch, ein Reptot-Visier, also ist ein Leuchtpunkt-Visier. Hat halt... Ja, hat halt einen dickeren Rahmen. Und das Panorama-Visier hat halt genauso... Was sehe ich? Strich, Punkt, Strich. Waagerecht. Ähm, hat halt einen schmalen Rahmen. Ansonsten hast du zu Anfang ein Polymer-Visier und ein Polymer-Klapp-Visier, also im Endeffekt nur Kimme Korn. Ja, ich hatte auch, und da wo ich die Beta gespielt habe, ja auch irgendwelche... Mindestens ein Visier hatte ich gefunden. Das habe ich auch, glaube ich, benutzt. Aber ich glaube, das war ein normales Reflex-Visier. Das war PK-AS, hervorragendes russisches Visier für den Nahkampf, aber das finde ich ja gar nicht mal so toll. Nee, russisch. Eben, das ist mal ganz schön russisch. So, wir können uns da umbauen. Die P90. Vollautomatisch, halbautomatisch. Vollautomatisch Feuerstoß, halbautomatisch Feuerstoß. Standmäßig 50 Schuss. Schiene. Es gibt ein 3-Punkt-Laservisier dafür. Äh? Erhöhte Präzision. Lauf. Wohin? Langer Lauf. Standardlauf, langer Lauf, langer Lauf. Bisschen mehr Schaden, bisschen mehr Präzision, bisschen mehr Reichweite, Handhabbarkeit und etwas reduziert. Bündung. Kompensator. Kompensator. Erhöhte Präzision. Mach die Geräuschminderung runter. Oder aber Schalldämpfer drauf. Da haste fast bis zum Schluss Geräuschminderung. So, gut. Die Mission ist also immer noch verbuggt. Das Zeug wird raffiniert, aber es zählt nicht hoch. So eine Scheiße. So eine Musik ist wieder. Spür mal damit doch kurz... Na, mal gucken wie deine P90 so ist. Die sollte, wenn es so ist wie ich es so von früher in Erinnerung habe, äh, relativ genau. Prohe Feuerrate. Vielleicht nicht allzu viele Schaden pro Schuss. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich merke hier heute, ich habe irgendwie immer kleine Freezes drinnen. Und ich glaube, ich weiß, woran es liegen kann. Das Drollige ist, den PKS, gegenüber dem Panorama-Visier. Panorama macht zwar ein bisschen mehr Handhabbarkeit, dafür verliere ich ein bisschen Präzision und ein bisschen Reichweite. Ist ja doof. Aber das Panorama-Visier ist einfach für mich schöner, ich wüsste nicht warum. Wenn es für dich funktioniert? Ich finde es geiler. Definitiv. Und einfach viel mehr, viel mehr, viel mehr von dem, was vor dir ist, du weißt, ne? Mhm. So, gut, ich wollte mir jetzt ein Auto bauen. Ja, ich nehme ja die Fahrerkabine. Ja, ich nehme ja die Fahrerkabine. Zack. So, ich gehe erstmal in den, so dass ich den Shop und die Dinge jetzt erreichen kann. Aber ich weiß nicht, warum ich hier heute kleine Freezes drin habe. Ich dachte, ich hätte noch Spotify an. Sollte das, wenn das neue Werbung lädt, dann hat das, glaube ich, immer wieder diese Freezes. Aber habe ich nicht, ärgert mich. Gut. So. Ich hatte letztens schon ein kleines Auto und das habe ich verloren, weil es nicht komplett explodiert ist. Wenn es komplett explodiert geworden wäre, dann hätte ich hier das ganze Ding neu kaufen können. Und quasi versicherungstechnisch. Ja, und dadurch, dass ich das nicht ganz verloren habe, habe ich dann nur einen Haufen Teile übrig gehabt. Das war scheiße. Ich meinte jetzt eigentlich den NPC, dass ich da so noch Benzin fast versteckt hätte. Pff. Gut, doof. Sehr gut, doof. So, wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Ich wollte das Ding komplett aus Batterien bauen. Ja, kann man mitspielen. P90, meinst du jetzt? Die Maschinenpiste, die P90. Noch die 9x19 VSN. Der MP ist die kleine Schwester des AK-47. Ist halt extrem leise auch. So, Radblöcke. Und Freiheitsrad. Das brauche ich. Öfter mal. Da war der Lauf. Dekon. Unterlauf. Ich habe halt noch nicht ganz verstanden, was diese Handhabbarkeit sein soll. Eventuell deine Drehgeschwindigkeit? Möglich. Ich glaube, ich darf gleich noch hier rein angehen. Klo hat halt nur 20 Schuss. Wie viel? Die 9x19 hat halt nur 20 Schuss. Das kann aber auf 30 erweitert werden. Naja, gut. P90 hat standardmäßig 50 drin. Und es fehlt mir tatsächlich Zeug. Glaubst du das? Dann doch lieber die Tarte. Die ballert schnell. Das war ein bisschen was von dem Klippchen. Kannst du mal schön am... ... ähm... ... bei einer Brustanfang mit einem kleinen Feuerstoß. Das hast du auch ein Headshot dabei. Hehehehehe. Na, na. Wo war da noch was? Nach oben. Ne, ne, ne. Äh, machst du eigentlich schon irgendwas, oder? Ich hab den Typ schon an. Der alten Link für dir. Der ist doch da, sag ich noch nicht. Der... Mach nochmal... ... neu. Ist doch hier. Twitch.com. Da, jetzt, 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 jetzt. Jetzt luft ihm. So. Ich glaub, die grünen... Ich glaub, die grünen... BB ist deine Kohle, oder was? Ja, ja, ja. Das ist, äh... Block Bugs, oder irgendwie sowas. Ich hab viel zu viel Crap in meinem Inventar. Den ich brauche. Jetzt muss ich Zeug meiner und gehen. So, da gehen wir als nächstes hin. Ja, grau, ja, hier haben wir grau. Sehr schön. Schön ist, du musst ja nicht auf deine... ...deine NPCs warten, wenn wir da losfahren. Ja, das hab ich in der Beta schon gemerkt. Steigst du Umschrauber ein, willst wegfahren, dachte ich mir so, haha. Ja, da gucken wir, wie ihr jetzt über die Insel hinterher lauft, zack, porten die sich rein. Danke. Das war nicht vorhanden, der Realismus kotzt mich an. Aber, wie gesagt, das ist halt mit mehr Leuten einfach... ...chillig. Ja, da kannst du am wenigstens abhauen, ja. Ähm... Ne, wie? Hast du einfach am Akkorden? Na, vor den Leuten. Die porten nicht hinterher. Ne, die porten nicht hinterher. Ähm... Ne, ich meinte mit... ...auch mit den Kämpfen. Du hast zwar... ...must dich zwar mit den... Ähm... ...must dich zwar mit den absprechen, wenn du diesen... ...ähm... ...diesen Simultanschuss... Hm. ...der funktioniert halt nicht automatisch. Ist halt ne schöne Sache, um... ...Gegner zu markieren. Äh... ...sich abzusprechen. Ah, da musst du ja echt reden miteinander. Deswegen ist halt diese Ingame-Voice-Funktion. Du sagst dir, okay, die... ...die nehmen wir zuerst, wenn jetzt drei nebeneinander stehen... ...und du aber nicht auffallen willst. Also, dass die ganzen anderen da jetzt... ...ausrasten. Dann musst du halt dann sagen, was ich... ...du, die, du, die, du, die. Siehst du dann auch im... Ähm... Ähm... Ne? ...im, im, 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 hat oder was? Dass du angezeigt bekommst, deine Leute links. Und da siehst du dann, wer auf der Karte ne Markierung macht. Also, welcher Buchstabe eben ist. Und wenn jetzt jemand, äh... ...Markierung setzt, dann siehst du bei den Leuten, wer auf welcher Markierung ist. Dann kannst du sagen, ich habe drei, zwei, eins, Feuer. Anders geht das nicht. Hm, das ist dann wahrscheinlich ganz gut, wenn du hier mehrere... ...feinde hast, die zusammenstehen, die gerade am Quatschen sind. Hm, ja, ja. Damit dann nicht die anderen Alarm machen. Das ist das, wo man sich alleine immer überlegen muss. Wo kann ich mich platzieren, sodass ich beide mit einer Kugel treffen kann. Wobei ich da sagen muss, mittlerweile sind wir da schon hier mit, 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 äh... ...Gestern mit ihm, eine Runde gespielt, Schoko war schon weg. Äh, und haben eine ganze Basis zu zweitausnahme genommen, ohne dass wir Alarm ausgelöst haben. Nice. Du kannst halt... ...kannst halt nicht in die Warn hier reinrammeln. ...Läuft hier für eine scheiß Mucke. Achso, Rathio aus. Äh, wo bin ich jetzt hier? Oh, falsch. Da muss ich hin. Habe ich von den großen Trieferk noch welche? Natürlich nicht! Ja, ähm, muss halt ein bisschen abwarten. Erstmal sowieso als allererstes die Drohne raus. Und gucken. Dann gibt's natürlich mal wieder einen schönen Bug, dass einfach so mittendrin im Spiel einfach irgendjemand dann die Drohne nicht mehr nutzen kann. Wie jetzt? Ich kann allerdings dann zur Drohne auch die Fanglas nicht nutzen, also du kannst dann beides nicht mehr nutzen. Super. Sehr schöner Bug. Dann haben wir es natürlich auch mal geschafft, wenn du im Team unterwegs bist, der eine... Ja, du machst einen Silence-Schuss und auf einmal zuckt die ganze Basis... Hä? Hast aber von hinten so einen fetten Ruff gehört? Weil noch mit einem fetten Sniperger, wer aber noch einen Schuss losgelassen hat. Ja, warte mal... Es war laut! Wer hat einen Silence noch nicht drauf? Äh... Nö, ist überall drauf. Gibt's doch gar nicht. Beim nächsten Mal wieder Schluss. Pff, wieder die ganze Basis-Alarm hier. Na ja, irgendeiner hat einen Silence noch nicht drauf. Nein, wir haben alle den Silence drauf! Beim dritten Mal muss er festgestellt, okay, der war's. Habt ihr's gehört? Jo, er war's. Ja, aber ich hab'n drauf. Ja, alle anderen drei? Nö. Hast du'n nicht? Doch, hab' ich. Ich nehm' jetzt ab. Ja, siehst du, jetzt hast'n drauf. Asynchron. Ja, das ist dann, Frau Sauter, natürlich auch das Zusammenspiel, ne? Ja, das ist ja mies dann. Da hab' ich große Tanks. Nein, natürlich nicht. Ich kann auch keine herstellen. Scheiße. Er sagt dann von wegen, ja, äh, bei mir war's jetzt laut, bei mir blicken alle. In den anderen drei, aber bei uns blickt aber keiner. Hm. Was ist da jetzt richtig, ja? Was natürlich knüffig ist, ist das Fenster zu. Kannst du nicht durchspringen. Machst du'n Schuss rein, dass's kaputt ist, kannst du durchspringen. Ja, passt doch. Mhm. Gilt' dann allerdings auch wieder als, äh, Beräuschquelle. Ja, klar. Also was ich noch nie nicht geschafft habe, keine Ahnung, wie das zusammenhängt, äh, wenn du jetzt in ein Zelt reingehst, bei, äh, wo sich, wo zwei, drei Soldaten drinnen schlafen, ähm, Du kannst nicht durchgehen, wenn wir der leiseste Waffe den ersten Headshot geben und dann so nach und nach durchgehen, ne. Wären sofort alle munter. Und es ist die leiseste Waffe, weißt du. Machst du, machst du neben jemandem, äh, die Lampe draußen kaputt so ungefähr, äh, kann passieren, dass er, äh, reagiert, weil's halt, weil du die Wand getroffen hast neben ihm, aber meistens nicht. Merkfurtig. Aber egal, ähm, letztens wieder eine schöne Taktik gehabt, hat man genau das, im Raum, äh, fünf, sechs Mann oder so, alle schliefen, und ein Informant dazwischen, die darfst ja nicht hier nehmen, die muss dann schnappen mit E, greifen, wer weiß es ja. Na, rauszahnen und dann befragen, irgendwie verbrüben, befragen. Genau, genau, befragen. Und, äh, ja, haben wir gemacht. An die Eingänge. Blendgranate rein. Pup, standen alle da und haben nicht mehr gesehen. Mein, zack, 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 zack. Typen geschnappt, verhört, durch. Kein Alarm. Und diese, ähm... Na, wo ist der? Ähm, da fahren noch diese LKWs rum. Die du dann kapern kannst. Die mit den Ressourcen, also? Mit den Ressourcen, richtig. Hast ja... Fahrzeug davor, Fahrzeug dahinter als Begleitung. Aha. Und später, äh, fliegt auch noch ein Heli mit. Und das macht halt in, äh, in Truppe mit ein paar Playern, äh, ist das Ding ruckzuck erledigt. Dauert normal keine Minute. Hast du das Ding? Ähm, Drohne mit EMP. Ist schon mal der, der EKW lahm gelegt. So was hab ich ja gar nicht gespielt, dass ich da EMP gehabt hätte. Ähm, dann hast du noch die Sprengdrohne. Die hab ich dann meist genommen. Sprengdrohne, dann den ersten, quasi eher... Ich muss natürlich wegbleiben mit der Drohne, ja. Wenn da seine EMP-Drohne zündet, dann ist deine Drohne auch gleich muß. Weil er auch ne große Reichweite hat. Aber, schön mal weggeblieben davon. Dann zündet er seine EMP, dann rollen die eh noch ein Stückchen. Dann ran mit der Drohne, allerdings nicht von oben, sondern auf die Straße gelegt, das Ding so tief wie geht. Und dann von vorne ran. Weil dann machst du nämlich auch einen gepanzerten Wagen platt. Ja, dann ist der erste schon mal außer Gefecht gesetzt. Und dann... Ja, drauf mit dem MG. Da brauchst du keinen Schalldämpfer. So, ich brauche noch einen zweiten Tank. Mindestens einen. Das Erntemoppet. Weil das ja jetzt vorhin funktioniert hat, lustigerweise. Aber egal. Und mehr Räder. Viel mehr Räder war ich. Ich hab schon da keinen... Ja ne, ist klar. Ihr komplett also richtiges hart gelegt. Ja, viele. Nein. historia. Nichts. Nö. Oder. Insonsten, Ich Felsen Intennoppet. In��ere neighborhood. Wir highieren, daher zu gew flirtesten ... ... Inter pins Dent cuidいます. Na, da sind wie gerade. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wieder eine SEM-Aufschaltung. Und da verteidigt meine Base sich selbst gegen den Unhold, der es wagt, da zu spawnen. Bäm. Ach so machst du XP. Basis, dass du spawnen uns jetzt. Nein, die spawnen ja immer da, wo du wohnst. Äh, wo du gerade bist. Die Bubbles, die Bubbles sind da Schilde? Äh, blaue Bubbles sind Schilde, grüne Bubbles sind Reparaturteile. Ah ja. Und Schilde halten unendlich, bis die Batterie leer ist. So, was haben wir da unten? Okay. Okay. Ah, das ist eine gute Frage. Das war's. Das gibt's doch wohl nicht. Entweder so ein Singleplayer, dass das EMP bugt. Wieso? Ach, schon das x-te Malen auf dem LKW das EMP draufgehalten, dass er stehen bleibt und nichts passiert. Ja, nischs. Ja, nischs. Macht zwar wumm und ja qualmt ein bisschen, aber das war's dann auch schon. Merkwodig. Ich kann keine SCU bauen, das ist doof. Kann ich eine kaufen? Äh, wo haben wir denn hier? Alle Blöcke. A-Load Terminal. Wohin, ich hab die Megatonnenkanone, aber die will fies sein. Höhenmesser. Biler Brennofengenerator, der fehlt mir auch noch. Mobile Lieferungskanone. Ach, kannst du direkt unterwegs verkaufen, oder was? Hoppala. Oh, für Arbeitsvorrichtung. Kann ich. Aha. Perfekt. So, mein SCU hat gerade eine SCU eingesaugt, jawoll. Bin ich jetzt blind oder was? Wo ist die denn hin? Oh nein, es geht ihm. Da ist er. Er hat immer noch! Wenn das die ausrollen, ist ja klar, aber... Wer fährt noch? Langsamer oder genauso schnell? Nee, genauso schnell. Und raucht. Oh, jetzt hast du Merkels gewürzig. So ein Arsch ist das. Oh, ich hoffe die Teile liegen da hinten noch rum. Äh... Wesentlich, scheiße. Natürlich unkönig, wenn die despawn sind. Piu! Endlich abhauen! Aus! Bleib! Aus! 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 Ja, wenn du bei der Drohne eine Batterie ausgelevelt hast, dann... ...Geldt hier auch mal extra lange. Äh, unendlich. Unend? Hm. Wie sieht es mit Reichweite aus? Reichweite ist begrenzt. Schade. Gut, das ärgert mich jetzt. Jetzt habe ich hier... Jetzt ist hier, dass ich das despawn. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So ein Unfug. Was soll das denn da sein? Hat sich der Spieler denn dabei gedacht? Hat der Spieler jemals gedacht? Oder wer hat das hier reingepackt? Ja. 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 Ich wollte ja noch ein bisschen was hier von mitnehmen. Ich wollte ja noch ein bisschen was hier. Was zum Henker? Was für eine Art? Ist das rausgefallen, weil die die SCU getroffen hat? Das fährt ja. Du hast das Ding zum Einsammeln dabei, es wird unterwegs getroffen und es verliert Teile. Du hast das Ding zum Einsammeln dabei. Das fällt mir jetzt erst auf. Ich habe gar nichts zum Laden mit dabei. Ja, die Schild- und Teil-Bubbles, die laufen ja von der Batterie. Und wenn die leer ist, musst du irgendwie aufladen. Und da hatte ich es am Anfang so gemacht, weil ich nicht diesen Fernlader hatte. Ich habe eine Solarzelle aufgestellt und musste dann jede Batterie an das Penel ran machen. Also aus dem Auto ausbauen und dann ran. Ich habe das Ding zum Einsammeln dabei. 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 Und bevor der Meldung abgeben kann, die sehen dich, dann sind sie kurz aufgeregt, zumindest die, die mitgekriegt haben, dass der Schuss passiert ist. Also entweder, dass er da dann irgendwo an der Wand angeschlagen hat, dass wenn dann welche direkt drumherum stehen, dann blinken die auch. Ansonsten blinkt halt nur der und dann ist das gelbe Umrandung, geht nur um den. Rot wird es erst, wenn der seine Meldung abgegeben hat. Das kannst du halt verhindern, indem in einem hinderen Zaun einer auf den Pels brenzt. Äh, komm lass mich los. Ach, geht doch. Ach, egal. Gut, wanna rein. Vielen Dank. 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 So. 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 Den kriege ich wahrscheinlich als Belohnung für irgendeine Mission oder so. Beziehungsweise, ich muss mal gucken, ich könnte ihn eigentlich kaufen, denke ich. Zu kaufen kriegen müsste ich, es sei denn, er ist von der Level-Beschränkung her zu hoch. Bei Venture habe ich ja gerade mal Level 1. Ja. GSO Level 4, Geocom Level 3. Ich schätze mal Level 5 wird das Höchste sein. Meine Basis verteidigt sich gerade wieder. Gui. ja wenn jetzt zwei kommen ist natürlich doch ein auto wird angegriffen von einem eigenen gelbe der größere das auto wurde angegriffen von einem eigenen turm verteidigungsturm nein nein du kannst keine aus er kann zwar darauf schießen macht keinen schaden so was sagen meine batterien nicht voll aber hierhin sollte schneller gehen der ballert und ballert und ballert und der andere bleibt einfach nur stehen wer ballert ein turm ja eine turm verteidigungsturm naja der schießt da und trifft nicht weil es zu weit weg ist aber besser so als andersrum doch lieber zu früh schießen als zu spät der kann Das war's. 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 F samen. Auf r directions. Oh man ja. Istmüş, wir 93. Wir pretty. Die cessung ist die Typen. Vorher steht das aus. Was weiß. Das Spiel hat eine gewisse Ähnlichkeit mit ASTRONIR, HALLOOOOO? Wer fragt das denn? JOURS! JOURS! Naja, den kenn ich schon seit Jahren. Dann schreibe ihm! Aus dem IRC. Ich bin doch gerade gar nicht auf dem Bildschirm. Du kannst immer die Daten eben kurz rüber kopieren. Kann ich was schreiben ohne eingeloggt zu sein? Keine Ahnung. Kann ich das hier posten? Oh, guck er an! Wie war das? 9TH? SSTO.9FLEET glaube ich. Aber jetzt kann ich auch tatsächlich steuern. Ich brauche einfach nur... Ja, das ist die alte Adresse. Ah ne, stimmt. Ja gut, OpenCave ist ja die von FITIC direkt. Die ich immer raus wie jemand stimmt. Ich kriege gerade oben auf die Fluss-Teams wie ganz oben drauf. Adresse ist die OOP. Ja, stimmt. Da hat sie die noch nicht aktualisiert. Ja, was dann? Voppa. So, aber fliegen geht. Das ist jetzt nice. Ich brauche einfach nur zwei Paar Triebwerke. Äh, zwei Paar Flügel. Ach so. Das andere, was ich vorher dran hatte, was ich dachte, das wäre ein Höhenleitwerk. Weil es ein kleiner Flügel war. Das ist einfach nur ein starrer Flügel. Der einfach nur übelst Auf- und Abtrieb macht. Deswegen bin ich an Dornosteiner umgeflogen. Ja, ich kann nicht schicken. Ich muss mich dann registrieren. Ja, gut. Dann tappe ich halt raus. Dann freeze das kurz. Äh, 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 äh. Ja, damit. Jetzt wollt ihr sie direkt ins TeamSpeak posten. Das bringt sehr viel. So. Äh, jub, jub, jub. Äh, jub, jub, jub. Ich habe Holz dabei. Ja, was mache ich jetzt eigentlich als Nächstes? Ich wollte die Mission fertig machen. Dafür habe ich ja den Karnier gebaut, weil ich viele kleine Sachen minern muss eigentlich. Jo. Weil, äh, irgendwie ein Bug war. Ich habe das große Auto vollgemacht. Jo. Das sind ja irgendwie 40, 50. Keine Ahnung wie viele von den Dingern dran. Und jetzt haben teilweise vielleicht vier gezählt. Für die Mission. Richtig. Richtig. Ich habe jetzt ein anderes Team mir dann angeguckt. Gestern. Ähm. Hi, Euras. Tach. Grüß Gott. Grüß Gott. Jetzt muss ich nur streamen. Das ist im Juden. Da hörst du dich nämlich doppelt. Da hörst du dich nämlich doppelt. Grüß Gott. Grüß Gott, die Damen. Hello. Jo. Hallo. Solange nichts mal von dir gehört, Radhi. Auf Steam bin ich aber mal unterwegs. Und auf Twitter. Auf Steam habe ich dich da überhaupt drin? Ja. Das stimmt, da spielst du mal irgendwelche komische Spiele. Jetzt gerade, äh, Terratech, glaube ich. Bro da unten, bestimmt. Hehehehe. Ja, bei dem neuen Namen konnte ich nicht so mit anfangen, wer das ist. Ich habe da so viele Leute drin. Ja, ich habe auf Steam halt noch den alten Namen. Ich. Den ich eigentlich. Haben hinzu. Ja, den alten Namen habe ich eigentlich seit, boah. 2008 hatte ich eigentlich schon den hier an den meisten Seiten. Nur im IRC habe ich ihn nicht benutzt. Ist ja gefasst. Weiß man nicht mehr, wo wir uns kennengelernt haben, aber das ist glaube ich auch egal. Äh, EU-IRC. Oh, all. Den, den Musikgedöns, den gibt es übrigens nicht mehr. Äh, Chaos Radio? Chaos Radio, wenn du da... Ja, habe ich, äh, hat Marco gepostet gehabt. Ich hab eh nicht mehr zugehört. Ich hab nur mal durch Zufall auf die Seite geklickt. Ich hab Chaos Radio nie gehört. Na doch, aus Anfangs halt. Ich war einfach nur so im, im Chat bei... bei Georgi und so. Na, wie hieß der andere Channel da? Der Metal Channel, wo Laszlo drin war. Zugegeben, dafür war ich die letzten Jahre auch nicht mehr... Nie, nie wieder im IRC. Ich auch eigentlich nur, äh, also auf den ganzen Items-Servern irgendwie sowieso nicht mehr, wo ich früher war. Insiders und EU-IRC. Aber... Jetzt, wenn ich Elite spiele, dann bin ich über den... über den Web-Client vom... vom Quarknet... bin ich da an dem Channel drinnen. Ja gut, ich war letztens auf einer Veranstaltung... in einem IRC-Channel. Eine Veranstaltung? Was haben sie veranstaltet? Für die Technik. Achso. Nee, für die Technik. Ein IRC-Channel. Ich musste die... Stream-Technik, nee, mit der Ton-Technik immer über die Tische schreien. Ja, ich hab... Hin und wieder hatte ich, glaub ich, mal eingeguckt über den Web-Client. Bei Insiders vor allem, weil da hatte ich ja... die meisten Channels. Aber das ist auch alles irgendwie... äußerst tot. Neue, moderne, WhatsApp und ähnlichen Scheiß. Hat's halt abgelöst. Was ist das denn da für ein Rentier? Mit Geweih? Piu-Piu-Piu-Piu-Piu-Piu-Piu-Piu-Piu. Ob das denn die Leute hier nicht verringen können... Ich hab' ja wohl wieder mit der Einária drauf. Was ist denn da für ein Ventil? Und dann hat er den Weg nach drüber... ... die nur ein Kind. anstatt dass die stf bei mir hier angeht schließt sich der client und kommt eine fehlermeldung toll ist auch eine art der unterhaltung die du besucht hast aber es ist unterhaltung ist es schon recht war hier oder mit diesen einzigen von gegenständen wieso ach so das ist ja das ist irgendwie gerade recht langsam und ich weiß auch nicht wird das wieder daran kleben ja ich weiß auch gar nicht was ich jetzt nachher zuerst machen will will ich zuerst die basis umbauen wie es mir heute vorgenommen habe oder endlich das große auto umbauen wie es vorgenommen ab schon vor tagen oder baue ich nachher einfach noch einen kleinen flieger richtigen so das doofe ist der muss erstmal irgendwie durch den hügel hochkommen bevor ich dann die die luftsteuerung kriege weil er boten bremsen ist im luft in der luft hochziehen aber es ist lustig in diesen dingern die die letzte die hälfte liegen weil ich nur fünf ordentlich mitnehmen kann weil das ja nur weil ich nur ein pet drauf habe ein kleines pet kann nur fünf mitnehmen die größeren pets können mehr mitnehmen vor allem vor allem es gibt ja von den großen gibt es dieses zwei mal zwei pet von der fläche her von der gso das weiße pet und dann gibt es das gelben pet von venture das venture pet ist zwar langsamer was aufnehmen geht kann aber mehr mitnehmen da ist der stapel noch höher wieso nimmst du nicht mehr der pets mit weil ich würde nur das kleine fahrzeug das hatte ich ja am samstag schon gebraucht habe das den kleinen kann um die mission halt zu machen weil die mission verbuggt war und ich halt der von den großen autos auch voll und es haben immer nur eine handvoll von den teilen gezählt also dachte ich mir war ein kleines auto ist spaß zu fahren ich fahre dann öfter schweiß drauf ich habe zwei fahrzeuge er hat eh so viel zeit jetzt habe ich das ding gerade weggeschnipst behaupte ich jetzt mal ganz frech für der länge der streams nachzuurteilen oder was nö einfach nur mal so frech behauptet mittags erst aufstehst ja sonntag ich bin ja auch hat jetzt schon mir auch um vor halb sechs aufgehört halb sechs morgens also du hast zeit so viel am sonntag klar so eine woche muss ich arbeiten gehen ich habe ein schwein mit der arbeit kann man sich den ganzen tag versaut ja ja mir hat man mir hat mein mein termin den ich heute morgen hatte den ganzen tag versaut warum machst du termin schämlich und legionellen problem hatte karte erreichen geworfen für heute zwischen 9 55 und 10 uhr man hat für wasserleitung oder was höchste punkte in der wohnung muss in der wohnung im haus die höchste punkte muss müssen sie regionellen proben alle zwei oder drei jahre nehmen und ja ist zufällig in einer bude nö der musste halt weil ich ja höchste punkte in der wohnung einen einer der höchsten punkte hat die termin für 9 55 bis 10 uhr und meinst du was hat geklingelt um viertel vor neun läuft ja auch erstmal das ist auch gut wenn das früher kommt noch halb am schlafen so ungefähr wach hier was interessantes bei sieht nicht so aus das hier kleinkaliber laser für die habe ich glaube ich 60 stück rumliegen die getrennte ton vorher für das spiel geben damit ich nur das spiel aktivieren kann und nicht den ton mit dann wäre auch schön ob das ginge weiß ich nicht dein rechner eigentlich was ja das technisch geht das bestimmt die frage wie aufwendig du es machen möchtest die frage sehr unterstützt das twitch weil ich will ja dass das selber nicht ich will ja dass der sound auf switch ist vom mikrofon und teamspeak und so ja aber du konntest ja heute schon irgendwie anders das noch übertragen auf steam auf steam habe ich den den stream auch an da ist kein mikrofon und kein aber dann fehlen dir die viewer auf twitch das ist auch blöd ja wie viele sind es denn gerade ach so drei das sind quasi alle hier anwesende weiß ich nicht vorhin waren es nur zwei als ich schon da war oder du machst halt so ein teamspeak bot theoretisch der den sound überträgt oder natürlich die verzögerung nicht passt richtig muss die der man noch abschießen wie meinst du oder so dass diesen diamanten da eben abgeschossen hat das das gelbe ding oder was ist nein ich habe vorne dran bohrer der bohrt das ding auf ja habe ich gesehen ist ja auch wenn wir auf der wunschliste erst schon hier ist aber ich habe es noch nicht ich sag mal so du hast wenn ich das richtig verstanden habe so haben schnell gucken ist der größte unterschied dass du da keine gegner hast erst schon hier ist bei erst schon hier hast du keine gegner oder oder ich habe sie nicht gesehen aber die auch stimmt stimmt ich habe auch noch keine gesehene videos das wäre schon ein bisschen langweilig auf der woche und ich weiß nicht ob das hier auch geht bei erst schon hier kannst du der läuft ja eigentlich überwiegend selber und sammelt was ein wenn du nicht alle irgendwie ein auto mit bohrer dann aber das habe ich noch nicht hingekriegt oder noch nicht erfolgreich zumindest und dann kannst du dir so sauerstoff von der energie weg bauen dazu das habe ich das habe ich schon gesehen in videos hier auch geht das meine ich du hast hier keinen keinen charakter du springst einfach so von fahrzeug zu fahrzeug ich weiß nicht ob du auch ein charakter bist nein ich meine jetzt um energie oder sowas durch die gegend zu schieben das überhaupt geht das man ja ich habe ich habe auch dabei ein solarpanel unseren energieverteiler der kann ich tagsüber kann ich ja wenn ich in der wüste bin irgendwie oder so und batterie ist leer was vor allem früher häufig vorgekommen ist ich meine das ist dann auch die von der basis mit kabel oder sowas legen oder nicht das meine ich das auch ein unterschied das ist dann theoretisch unabhängig von der basis irgendwo rum bohrst muss halt nur die rohstoffe irgendwie das kann ich ja hier auch machen dass ich hier einfach nur unterwegs war das meinte ich ja ich habe so ein ladegerät und solarteil dabei das funktioniert nur mit tag es gibt aber auch einen mobilen generator dafür brauche ich dann halt zum beispiel holz als treibstoff dann lädt der mir die batterien auf und die batterien die brauche ich eigentlich auch nur für das schild und für die reparatur bau die andere sachen brauchen kein strom die waffen und so weiter gehen alle ohne das spiel gerade so kosten wahrscheinlich auch immer noch ein 20 oder so 12 88 aber sehr obstruös mit den mit dem da gucke ich ja gar nicht die daten von einem stil ist guck erstmal bei geben key finder wenn das bekannt ist war es die seite diese liste hat welcher shop welche hieß hat sowie heißt es noch theoretisch das ist ein vergleichsportal so ungefähr ich weiß nicht wie das quasi harte waren heißt da gab es irgendwas bekannteres aber das macht halt für key so na gut mm oga da nehme ich abstand von mittlerweile weil es hat einmal nicht funktioniert da wollen sie sogar eine perso kopie haben also astronomier sind 18 19 euro bei dem laden aktuell ich glaube auf steam wurde es auf alle fälle original hast und so weiter kostet es dich dann 20 oder 22 ja gut dass das bei game laden ist auch ein original für steam du kriegst entweder einen link mit einer freundesanfrage oder nen key je nachdem da kriegst jetzt scheinbar einen sondern nicht eine freundesanfrage sondern ein geschenk geschickt der offiziell auch nicht erlaubt aber wer will das schon nachprüfen bei instant gaming zum beispiel kriege ich einfach da habe ich ein foto war das bei etwas bei ich habe in so gehen war das da habe ich einfach meine verkaufs oder meine 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 kaufsübersicht weil ich welches habe ich gemacht und da sind dann fotos drin einfach so schmale fotostreifen wo die keys fotografiert worden sind bei bei game laden unterschiedlich und hört wahrscheinlich darauf an ja original bei steam upsala 20 und sich die euro ohne sound tag leute möchten dass ein radiment tricks andere level 16 was bist du denn für ein schwein der lander könnte ich dir anbieten hat er hat er hatte ich ups 17 euro bei elben laden und astro nie hat den vorteil es ist es ist was ich das eben richtig verstanden ist terratech ja nicht multipliert ja noch nicht sind zu am machen aber der multiple interessiert mich ist auch nicht wirklich also oder so nicht finde ich schon sei was was sowas angeht von wegen gegenüber astro jetzt zum beispiel fände ich ja sowieso ich glaube war das osiris die project noch mit zwar es glaube ich project nochmals aus ihres new dawn die beiden spiele finde ich ein bisschen interessanter als hast schon hier hast du ja wie eigentlich nur auf der liste weil es cool aussieht und wegen abbauen mit dem mit dem staubsauger da lustig darf sich halt nicht irgendwo das habe ich auch schon probiert etwas wegreißen und dann wie komme ich jetzt hier wieder hoch so ungefähr ich bin auch gemerkt als ich dann unten hing oh hawkeye licenzen nice drei techer terratech streams wow das jetzt aus einer mission so wo ist denn diese wave of bullies da will ich nämlich auf keinen fall hin wieso nicht weil das das falsche fahrzeug ist die mache ich mit dem anderen auto ich soll für über eine minute 15 soll ich ein anderes fahrzeug verteidigen crashzeit musst du dein auto kaputt fahren oder wie bei crashzeit musst du dein auto kaputt fahren oder wie crashzeit hier in dem spiel denn die ganzen sachen kommen aus dem orbit die sachen die ich verkaufe wo ich geld für kriege die raffiniert werden die werden von einer kleinen kanone in den orbit geschossen und davon stationen schiffen aufgefangen und verbenutzt und ich kriege genauso wie die ganzen die ganzen feinde jaja das sind die die währung und sowohl ich als auch die ganzen feinde kommen aus dem orbit wurden irgendwie abgefeuert also wenn du hier startest du krachst runter erstmal so in einzelteilen weil was schief gelaufen ist darf sich zusammenbauen und die ganzen leute hier die hier drumrum sind wenn ich jetzt hier mal in die richtung fahre dann kommt hier sicher auch gleich irgendwo einer runter siehst du wie die runterfallen irgendwie hast du deinen parkplatz sehr eng gebaut warte mal jetzt bin ich doch zu nah an das politiker angefahren warum zu eng gebaut man schaute so aus ob der parkplatz oben in der hände naja mein großes auto steht hier am weg das was ich auch noch komplett umbauen wollte laugh länger machen wir räder rechter fliegen so ja da schlagen gleich die feinde auf die ich hier gehen soll rote markierungen auf dem boden um topzion nach wie kommen wir heilen auf dem fußboden an was setzt du da eigentlich immer neben mir ab das runde ding meint sie ja so greift er mich jetzt an ach weil er auch so heißt durch zufall das ist eine scu die scu ist nur singularität die saugt die ganzen blöcke auf ich müsste sie mal reparieren die mann wunderschöne und was ist das natürlich aus menschen fabrikator jawohl wenn wir menschen teile bauen und dem steam die es aber beigetreten ach so tut darüber bescheid gesagt so was wenn ich dazu würde du hast vorstellungen jetzt habe ich hier einen neuen freund gucken ob der weg nach hause überlebt das schöne ist ja auch solange so eine ladestation habe und die mir genug saft gibt bin ich quasi unzerstörbar wahrscheinlich habe ich ein zwei solar panels verloren das spiel ist recht leise muss meine station mache ich kein zeichen mehr auf der heiße hat er angst die angst mit der kleine hier weil er nicht meint er dir ist oder was er ist nur langsam würde ich sagen oder ne der ist mit den renner werden nicht schneller als ich nehm ich ihn doch ruckerpack ja wie der abgeht wenn ich ihn steuere ah geh weg fuck komm her der ist schnell ein sommer hat irgendwo ein börser von dem öffner entgegen geschnippst ich hab ein laser verloren Jetzt kommt der Kleiner auch wieder zurück Ja, Gegner tot, weiß er Dann kann sie ja wieder zurückgehen, so ungefähr Ja Verlegen wir uns komplett egal Du brauchst ihn jetzt ab, den kleinen Freund Ja Der Arme, kaufst ihm sein Leben Nein, warum? Ich hab ihn dann nur verkleinert Weil er hat ja noch ein Cockpit Das kommt aber auch gleich in die Dings rein Aber ich geh auf das Cockpit steuern Die sind ja nicht verschwunden War doch das Cockpit auf dein Auto drauf Ich hab doch ein Cockpit Zweites Oh, die Cockpits finde ich eh lustig Hab ich ein Venture-Corp Cockpit Ne, ich hab nur das KI-Modul Ja, wenn du das irgendwo dran baust, ist das so total flach Aber wenn du das dann aufbaust Kriegträder Kriegträder Kannst du auch selber Blöcke zusammen erschaffen oder muss man die alles sammeln? Ne, ne, ne Ich kann die auch bauen Deswegen hab ich mich grad über den Fabricator so gefreut Weil du brauchst für jeden Hersteller brauchst du den entsprechenden Fabricator Reicht ein Feind Gibt, gibt, gibt Es gibt vier Firmen im Spiel Noch zwei Streams Wie meinst du? Du bist halt zwei, oder was? Nein Wahrscheinlich sind es zwei Streams online, das mein ich Achso Ja, das weiß ich nicht Da steht auch nicht Manchmal ist es nur online, obwohl ich grad am Stream bin oder so Keine Ahnung Da ist ne ordentliche Ausbeute da Ich war nicht Ich schaff dich dann warte Der Und det ist wenn wir den ganzen ist einsammeln auf den staubsauger ich finde es schade das nicht funktioniert dass ich das nicht einfach so nutzen kann das fährt ziemlich neues ob ich hörte voll die einzeln zu bewegen ich würde einfach das andere dinge immer hin und her ja ich habe jetzt nur die 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 paar äußerungen umgelegen haben den baum hast du vergessen ganz wichtig den baum so was auch immer das für ein gewölbe ist inventar venture was habe ich jetzt hier von venture normaler block langer block weltenbummler hat 14 stück was ist denn das was geht mehr nach außen nicht nach unten nach unten ist schon sinnvoller für das fahrzeug das sind hier payload terminal ach das ist der block wo ich kaufen kann so der fabricator ist denn der empfänger der kann sehr schnell zeug einsammeln aber da hält höchstens ein ja das ist quasi nix das ist ja wohl nicht viel wert ja wenn ich jetzt mal gucke von der geocorp wäre ein einer ja schon interessant aber da habe ich keinen einer da habe ich hier nur den 3x3 und den 2x2 was könnte ich denn jetzt hier bauen venture flügel nasenpropeller dark side spoiler flügelspitze flügelerweiterung achso da kann ich längere flügel machen oder was mittelflügel hier oben noch reparaturblase förderband sind wirん im Okay, viel kleinere Bubble. Da bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von. Ah, jetzt geht's. Du musst. Es ist nur der Blender. Was muss ich hier nochmal überarbeiten? Irgendwas haut hier mit dem Ding jetzt nicht hin. Bei großen Bauplänen schmeißt du mir Sachen durcheinander. Irgendwie weit. Gerade eben habe ich was hergestellt und da hätten vier von diesen roten Bällchen in die Raffinerie gemusst. Sind aber erst mal dran vorbeigeleitet worden, dass er auch hier neue gezogen hat. Die vier alten sind dann halt verkauft worden. Ist jetzt nicht so schlimm, ich kann den Scheiß einfach neu farben. Wäre jetzt nicht so, als wenn das jetzt hier unter der Welt wäre, aber merkwürdig ist das schon. Hm. Hier schreibt ein Toaster, schreibt, dass der Einser-Sammler gut ist. Da könnte man einfach ein Förderband dran tun und direkt abschicken. Ja, wenn ich es direkt verkaufen wollte, aber ich will ja mehr sammeln für... Was dann? Ja. Fürs in die Base zu bringen. Für Produktion. Wer jetzt wahrscheinlich solche Flügel bauen wollte, müsste ich ja sichere Ressourcen haben. Weswegen ich das Ganze nochmal vergrößern will, ein bisschen das Lager. Und überarbeiten alles. Boah, ist die Bescheid. Das Flugzeug landen auf einer Landebahn, die doppelt so lange ist wie das Flugzeug. Läuft. So, jetzt hat es hier zum Beispiel schon wieder die Raffinerie. Ich muss da vielleicht mal der zweite dazwischen packen oder irgendwie sowas. Ich habe mir gerade ein ganzer Arsch voll Holz einfach an der Raffinerie vorbeimarschiert. Wie meinst du das denn? Dass du das nicht veredelt oder was? Richtig. Das muss veredelt werden, um in den... Dass es benutzen kann, aber weil es zu viel davon braucht anscheinend. Wird einfach zu viel angefordert. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich hier diese Kreuzung habe und das von zwei verschiedenen Seiten kommt. Aber die Raffinerie ist edel zu langsam. Vielleicht bräuchte ich dafür die Raffinerie von Dingens. Die Venture Raffinerie. Gut gesagt, ja. Wenn ich sie schneller baue ich mir die gleich mal. Ein Flügel. Hips, sieht er aus. Warte mal, wo waren die die Venture Raffinerie bauen? Ja, jetzt zieht er nämlich hier von allen Seiten gleichzeitig. Aber auch anscheinend nicht so viel veredeltes dafür. Gut, wäre auch doof, wenn du veredeltes zu viel Raffinerie bei euch bist, aber... Du kriegst die Venture Raffinerie ja eh erst nachdem du die normale schon hast, von daher... Gut. Soll ich mir die jetzt mal kurz hier dran setze. Wofür gibt's die Venture Mobile Refinery? Ach ne, das war die Lieferkanone. Das ist cool. Wenn man die unterwegs nutzen kann, dann ist das natürlich sehr nice. Das macht das dann auch später sehr einfach, wenn ich dann... ...switchen will von Solarenergie auf nen Generator auf dem Auto... ...dann könnte ich einfach den Krempel, den ich nicht brauche, für Sprit direkt verticken... ...für... ...für Geld. Jetzt versuche ich erstmal, ob die vielleicht schneller ist. Wer weiß. Du willst auch für alles Geld haben, musst du einfach mal so verschenken. Nein. Ich muss auf Ideen. Ich werde denken. So. Na, bau mal einfach mal rein. Mal die ganze Scheiße hier. Mal alles angucken. So angucken nicht. Anfassen. Boah, ich guck doch so gerne mit den Händen. Ja, und da ist schon wieder Holz, was denn hier vorbeifetzt, weil die Refinery gerade voll ist. Ich würd jetzt sagen, das sagt man zu ner Frau, aber... ...die freut sich, glaub ich. Wenn du sie nicht mehr fümmeln tust. Ich meine... Ich wollt ja nur gucken mit... Ich guck so gerne mit den Händen. Ach so, äh... Hier drauf sitzen. Häufiger Fake-Profile. Was? Fake-Profile? Was? Wo? Äh... Ich hab kriegen immer wieder Freundschaftsanfragen... Äh... Jetzt... Letzte aus der Hörfiger... Freundschaftsanfragen von... Irgendwie so'n... Ne, Gehre an, schaut Prints. Nee, nee, das nicht... Irgendwelche Bilder wahrscheinlich aus ner Ecke klaut. ...welchen... Auf Imager krieg ich andauernd so ne Spam Scheiße Was auch immer das ist Ne ich auf Facebook Das ist eine Freundschafts-Anfrage Achso Und dann ja Erstmal sagt der Name nichts Dann hast du Dann ist das irgendwie so ne Ich hab jetzt mal gesagt Wirk da hergelaufen Die ich nicht so gut Wie ich nicht kennen kann Und Man merkt deutlich Dass es irgendwo Emma oder irgendwie sowas ist So jetzt bin ich hier kurz und vom Dach Mit Hubschrauber Mit Pubeller aufm Dach Aha Ich hab gesagt Teilweise hübsche Frau Naja funktioniert jetzt nicht so Aber wer hätte auch gedacht dass es das tut So Bastelt Ich hänge fest So Geht Ich bin Ich bin der baum ja da gibt es aber noch andere modus auf die nicht umstellen könnte dann verbrauchst du mehr bandbreite aber dafür kriegt man es dann schneller das hier brauche wieder ab weil quatsch bei deiner internet leitung so wie du was ist mit meiner leitung doch wenn man gar nicht kein internet mehr hat weil das wort war es durchgeht ich bin doof ich habe ich hatte weg zur besserung ich habe nur 120.000 leitung gewesen da ist da lass mich nicht über meinen leitung 66 download war 66 kilobyte aber trotzdem ist es das beste 66 megabyte pro sekunde 16.000 16.000 werden 1,6 mb dann sind es 6,6 mb machen wir es so also 66.000 leitung 60.000 wie sowas vielleicht auch einfach nur eine weniger gedrosselte 50.000 ich könnte 16 oder die 66 dazwischen gibt es nichts die 66 er ist ja eh nur geschummelt 16 übers normale dsl adsl und 50 über lg ach wie war das schön was ach so stimmt ja du hast du deine dorfleitung in dem kleinen häuschen ja gut deswegen bin ich auf die 16 von der 16 auf die 66 umgestiegen natürlich trotzdem der schnellste weil mein fernsehn auch über die leitung geht aber ich habe zur zeit mache ich bei vodafone diesen test mit gab ein deal letztens wurde dann bei sehr vielen kunden von vodafone kabel deutschland die möglichkeit gegeben in diesen login also diesen kunden login gab es dann die möglichkeit wenn halbes jahr die 500.000 zu testen kostenlos automatisch selbst kündigend da ich erstens nicht auf das fernsehkabel umsteigen will weil mehr online desto langsamer und zweitens generell nicht bei vodafone bin ich fand es netten halbes jahr 500.000 mitnehmen statt hunderttausender einzige wo man zustimmen musste ist dass sie sich nach einem halben jahr bei dir erkundigen können wie der test verlaufen ist ja gut dann rufen sich ein paar andere ist gut ist ja auch nicht so schlimm genau aber vodafone ist mir allgemein ein bisschen suspekt ja vor allem dieses shared medium das stört mich schon am meisten weil je mehr online sind und drüber und drüber surfen oder was auch immer desto langer wird es ich glaube wenn ich das hier noch mal umbaue werde ich mir einfach für jedes material einen lagerblock hinstellen und den kleinen da kann er sagen 21 das müsste ja eigentlich für eine weile dann habe ich auf alle fälle ich das wohl ja nicht gucken muss wie viel habe ich von jedem material gut egal erst mal diese mission mit dem verfahren weiter machen du oder kennst du faktorio das war das wurde hier aus aus fließbänder oder fabrik zusammenbauen musst auch ne mussten nichts wegen fließbänder nutzen aber das könnte schon hilfreich sein ja habe ich gesehen habe ich kenne ich auch einer spielt spielt auch gerne sieht ganz lustig aus bei mir für mich für mal so zwischendurch aber ich das geld für aus ja also dauerhaft spiele ich es auch nicht da kommen sie haben wir die scheiße ein oh wir haben hier vier triebwerke nach vorne oder was das genau bringt dir das schnüppelchen äh wo ist der bremsleitung von 100 auf 0 hin unter eine sekunde hier überlegt gerade was war das denn da für ein spiel wo ich was ich früher auch gespielt habe wo du mit dem bohrer durch die lande gefahren ja um dann irgendwas aufzusammeln äh um das dann den stein aufzubohren und dann space engineers kaltmode modus nicht was so starmaid guck gerade mal was ich finde was ist aber müsste irgendwie ein steam sein empyreion galactic survival guck mal selber auf die chat ich gehe gerade nur die sachen durch die ich kenne wo das geht minecraft vielleicht mit einer spitzhacke fliegen habe ich gesagt ja dann würde ich sagen du hast ja farm und dabei fahren weiß ich nicht fliegen fliegen wäre space engineers oder halt starmaid fahren ist bei space engineers noch nicht so lange drinnen guck gerade mal ob das space engineers vielleicht sogar war ich überlege habe ich auch schon länger nicht mehr gespielt da könnte das sogar sein war ich auch schon ewig nicht ich auch schon ewig nicht das ist auch eines der spiele wo ich mir einfach denke so wenn mal patch kommt dann mal wieder richtig also jetzt hier mal ja es scheint noch schaut noch schaut als ob es space engineers gewesen ist auch ein tolles spiel steigern scu speicher mini was hast du du sollst den scu speicher gescheit verteidigen steht da immer ach so jaja wahrscheinlich war da gerade mal ein treffer abgekriegt hat wo ich da im kämpfen war doch was geht eigentlich wenn du da über diese dampf oder was auch immer quelle dich drauf stellst fliegst du in die luft oder nicht nö das ist ein steamvance da habe ich meine äh meine base habe ich an den platz gebaut weil da zwei von denen sind da hab ich einen generator drauf gesetzt jetzt wird zwei generatoren vielleicht auch dein auto hoch hebt nö nicht dass ich wüsste wäre lustig aber auch ja schon wieder kristalle kaputt ja ich will ja das auto voll machen wo ist ja eh schon fast voll nächstige hälfte wieder schon wieder einer ja komm her und direkt das cockpit kaputt gemacht sausack so da lädt er sich auf alles grün alles grün schwarzes loch tolles teil ist das schwierige riesige block der nichts dran hat zeit irgendwas ne big mana ist das ding komm her ja naja die nehm ich jetzt so mit ist drauf das trage ich in der hand mit das trage ich in der hand mit aus die 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 ми haben Vielen Dank. Weich geschafft. Vielen Dank. Ich würde mich nicht wundern, wenn es darin liegt, weil die hier steht und voll ist. Ich habe jetzt gemutet. Ja, jetzt zählt es wieder. Und da kommt die Kiste. Zack. Der Cockpit. Yay. Okay. 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 So, baue ich das Ding jetzt neu. Erst das Fahrzeug. Ach, ich denke, erst das Fahrzeug neu bauen. So, was mir gerade einfällt, gibt es in einer Geocorp-Schild-Bubble. Das ist ein Tunnel. Telefonatoren. Das ist ein Tunnel. Ja, das ist ein Tunnel. Dann sind wir das. Was ist das? Vielen Dank. Das ist ein Tunnel. Was ist los? Warum lachst du so? Äh, ich bin hier gerade an der Armeebasis. Und von draußen so das B-13 haben wir gemacht, alles schön, und hab dann gesehen, dass die sich so langsam an einem Punkt versammelt haben, haben sie gerade in der Contine gesessen. Hab ich mich herangeschlichen, Blattgranate rein und hab's aufgeräumt. Teehehehehe. Ist ebay manchmal auch ganz praktisch. Was e-mail oder ebay? 30 Euro... Was? Ebay oder e-mail? Ebay. 30 Euro Gutschein beim Einkauf von 60 Euro kann man nicht Nein zu sagen. Ja, ist okay. Wahrscheinlich weil ich zu lange nichts eingekauft habe, oder nichts ersteigert habe bei Ebay. Oh, gesteigert hab ich schon ewig nicht. Auch nicht. Wahrscheinlich knapp anderthalb, zwei Jahre nicht mehr. Ich mach eigentlich immer Sofortkauf oder so. Ja, selbst das nicht meine ich, ja. Achso. Achso. Das ist aber ein riesiges gefährliches Fahrzeug. Was ist da gerade ab? Ja. Das ist nur das Cockpit? Das ist halt einfach... Ich würde meinen, die Spitze vor den dreien ist irgendwas um was anzuzünden. So schaut's von Weitem aus. Das hat nen Bohrer dran. Ja, aber von Weitem trotzdem so ne... Irgendwas so anzuzünden aus. Und wenn ich's jetzt hier an den... Wenn ich's rumtrage, sieht's so aus. Flach. Dann lässt es fallen. Fixräder. Whee! Zack. Ich find das witzig. Das ist toll. Äh... Achso, das ist die, die ich noch nicht hatte. So. Egal. Ich wollte bauen. Äh... Mach ich das hier auch gleichzeitig breiter? Die Frage aller Fragen. Bitte. Hä? Du, wo hat mein Twitter? Das war's für heute. Schnelltipp, das ist nur ein Miner Stärkermatt, die Strada. ist doch wissen müsste ist die babbel groß genug die tübe die gesamte breite oder ja wo ist dann auch nichts neues mehr geschrieben wenn ich dann in den chat wer hat nichts mehr geschrieben der toaster mit der vorhin das zu dem 1er sammeln dinge geschrieben hat ja ich habe mein zweiter monitor ich hatte der ist kaputt ich musste hier komplett tisch neu machen weil ich hab jetzt hier meinen alten schreibtisch habe ich seit 20 jahren wahrscheinlich hast du bei kein guter wohnst du 36 gradmeter oder selbst meine nur größer hat mir 42 hat zerquetschte und ich habe drei monitoren hier stehen ich will dir noch einen anbieten aber ohne fuß das bringt mir nicht viel ohne fuß wahrscheinlich zu fuß selber basteln da ist mir mal irgendwann auf reisender fuß gut gegangen aber er funktioniert noch also wenn du einen monitor ohne fuß haben willst du hast ja eine halterung für 10 euro bei ebay holen inklusive für sand kriegst du mittlerweile weserhalterung und es sind nur 19 zoll muss sage ich vorsicht halber dazu weil das ist ja jetzt nicht so schlimm ich habe ja auch 19 zoll 4 zu 3 auf lösung 1280 x 1024 dann sage ich mal lieber nicht was ich hier drauf stehen habe was ich mir neu gekauft habe um der drei monitor anschließen zu können drei monitor kannst du an alles anschließen oder nicht nee die grafikkarte hat nur entsprechende ausgänge also meine grafikkarte hat einmal dvi einmal displayport dreimal hdmi oder wie sowas habe drei mal displayport oder so kann auch sein drei drei mal displayport einmal hdmi irgendwie sowas auf jeden fall habe ich mir einen monitor erneuert weil der letzte den ich erneuert habe war weil den anderen monitor habe war mir für spiele zu schlecht und den habe ich auch anders eingesetzt aber davor musste ich einen erneuern weil ich zwei analoge hatte und nur einen analog anschließen kann eine neue grafikkarte ja wie richtig wendig denn gefährt wenn es nicht hinten aufsetzen würde welches meinst du es gäbe ja unwahrscheinlich wendig ja jetzt kommt er nicht davon weg so ich denke mal ich lasse es bei der länger bleiben so dann brauchen wir auch älter liebsten die bäume platz habe ich das nicht die fahrzeuge wird jetzt ineinander gebaut die fahrzeuge nein er hatte es mal versucht unabsichtig denke ich mal hat sich losgelöst ach du bist also weiter hinten als ich ok gut zu wissen ich will es ja nicht leid sagen aber es ging doch so gut nicht fliegen wollen wir wetten wenn ich jetzt sage wenn du so viel übergewicht kriegt wie ich habe dann kannst du erst recht nicht fliegen wenn du so vor allem warum brauchst du nur vorne so große räder und hinten so kleine das äh die kleinen sind vorne ja wie weit bist du denn warum brauchst du unterschiedlich jetzt rein also die einen können nur lenken oder wie nein es können alle lenken aber ähm die die äh die kleinen vorne die rutschen wohl nicht mit denen müsste ich mich auch gut die berge hochziehen können zumindest kam es mir so die letzten male vor 1 2 3 jetzt eine und eine Turbine das ist jetzt aber ne nur weil er gesagt hat das fliegt nicht so gut äh da kann ich mich nur an das wie hieß das eben noch an das Space Engineers oder wie das Ding hieß erinnert da waren dann nachher so viele Turbinen drin auch da sind Turbinen drin das war das wichtigste ja ja in alle Richtungen boah gleich jetzt die Enttäuschung groß weil es doch nicht abhebt was machst du dann gibts ne Bier aus so nett von dir jetzt find ich für sowas geht aber so lieg ich so weit zurück von vom Stream her äh bei Twitch weiß nicht ach ich hab hier noch zwei große Tanks geht doch hier noch Tank Tank soo jetzt baust du bei mir erst die Turbine rein wieviel fünf sechs wieviel hallo alter und es fliegt doch so weit bin ich noch nicht mit es fliegt es ist ja gar nicht live oh ich hab eine verloren wie es aussieht genau dann noch ein paar Turbus nach innen du hast eine Batterie vergessen habe ich so das Gefühl wieso Batterie du hast nur drei das sind Tanks so dann fehlt ein Tank halt meinetwegen das ich hab weil ich nicht mehr hab im Inventar ist ja nicht mehr kauft er welche könnte ich wohl ja einfach nur hässlich aus so das Ding ist ja auch alles möglich aber nicht fertig und es kommt und es geht alles kaputt ach schade ich dachte er stößt jetzt irgendwo irgendwo auf so nimmt das Ding eigentlich Schaden dann wenn es irgendwo zufällig runter kracht ja das siehst du daran dass die Teile rot aufgeblinkt haben vorne das hab ich jetzt nicht gesehen das ähm Dingens vorne das ähm das Dingens halt das Krachbumdingens ja ja das äh boah jetzt fällt mir sich ein die Erträger vorne was für Fachgespräche ey wow auf der Meterebene oder das erinnert mich irgendwie an so einen komischen Verein wo ich wo ich was so nebenbei tue unter der Hand ne unter der Hand nicht das krieg ich von der Steuer wieder lohnt sich die Steuererklärung dieses Jahr richtig sooo ja den Maximalbetrag den man spenden darf äh kunden überschritten für 2016 baut er alles wieder ab das geht doch nicht ja er soll ja auch nicht fliegen das war jetzt nur so dann bau die andersrum dran dass das dass der äh das ja zum Vorwärtskommen hilft ha 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 da kannst du auf der Gegner sprechen ha 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 rote Mohr das Ding ist zu weit äh hinten weit äh da hin das könnte passen sooo naja da so hin äh smörebröt smörebröt rümplämplämpläm was waren diese Kuppeln da oben drauf äh die Tanks ach ist das für Sprit oder was jaja die föhnen sich ach was ist denn für ein Riesenblock die föhnen sich selbst wieder auf das braucht doch keine Batterie oder so das ist ganz praktisch ja jetzt warte mal zumachen abwählen den da hin ja das sieht nicht schlecht aus das sollte Reparatur für alles haben öhm 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 stürb leiser bitte unangenehm aber noch das bitte dazu das war nett zu nennen es sie nehmt mal stark an dass ihr das eh nicht hört weil ihr weit genug weg seid herumgerüstet auch klar der Ding hat auch gesagt du sollst sterben aber leise halt ich meine ihr werdet eh nicht hören ihr werdet weit genug weg wohnen ähm so das da ich wohne in dem quasi innerdeutschen Ausland von daher was sagt was sagt nischt was na deutscher Ausland sagt nichts ne südlich weiß wo ist Äquator weißblaues bundesland ach in ach ne auch in Bayern oder haa witz wollte da oh ja warte nicht hier äh zumindest der HSV in weißblau keine Ahnung fußball interessiert mich nicht mich auch nicht das hätte ich mal gesehen bei HSV muss man HSV Fans muss man doch nur 8 zu 0 sagen habe ich so äh 0 zu 8 sagen habe ich gehört keine Ahnung ich weiß dass Brasilien sich bei 7 zu 1 fuhrt ne die haben irgendwie 0 zu 8 gegen Bayern München verloren glaube ich ne ich wohne Oberbayern wohne ich ja Oberbayern auch Oberbayern das ist ja schon schlimm genug Bayern aber dann noch Oberbayern äh immer noch besser als Franken ah ja der gute ist das ist ja auch alles Bayern und ich schon ja vor uns schon gut ich bin jetzt nicht gebürtig alles alles Südländer bei uns ja gut Norditaliener ja ursprünglich Norditaliener Scheiße habe ich mal gehört ja das war die Österreicher gebürtig komme ich ja nicht von hier von daher ich habe immer eine Ausrede also ist auch also hat er auch noch die Wahl gehabt und er ist trotzdem dahin gezogen merkt ihr das? schlimmer geht es doch nicht mehr also von der also wenn du da geboren worden wärst ja das ist das ist ja schon schlimm genug aber noch treiblich dahin ziehen ey sag mal so ähm von der Umgebung her ist es viel schöner da hier als da wo ich vorher gelebt habe ich war früher alle zwei Wochen in Bayern sag ich mir ne danke ich bin alle vier Wochen in München achso soll ich dich besuchen kommen mal? ne 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 früher mal früher vor Jahren so schade die Bayern sind schon äh die Bayern sind schon äh ein Völkchen für sich gehe gut hier kommt halt drauf an mit welchen Bayern du es zu tun hast wenn du natürlich mit den ganz äh ein Völkchen zu tun hast dann ist es natürlich was anderes wenn ich auch noch bei tiefbayerisch reden ähm aber ich kenne ja schon nette Leute und ich von der Landschaft her ist es viel schöner als da wo ich vorgewohnt lebt habe gibt nur den Hinweis Schwäbebahn mehr gebe ich nicht als Hinweis dann müsste eigentlich jeder total ja ich komme nur aus Remscheid aber Schwäbebahn war halt so ein bekannter Hinweis da ist landschaftlich nicht ganz so viel da kannst du sich nur verbessern ja es gibt auch noch schlechte Recken jetzt lassen wir mal so aber oder wo wo wenn ich so direkt fragen darf wo wohnt wo kommt ihr her oder wohnt ihr wie auch immer zu Hause bei Alzei warte 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 jetzt irgendwer hat zu Hause gesagt und der andere habe ich nicht verstanden bei Alzei Klonheim bei Alzei äh warte mal ich wusste noch Mainz unterhalb von Mainz zwischen Mainz kann ich es laut haben doch nicht ganz so weit Brady wohnt im Zweifel auf Twitter oder Dortmund oder so ähnlich oder am Arsch der Welt in Bielefeld das ist aber lange her und zwar auch nicht Bielefeld das Volk Güterslo das war jetzt einfach mal gesagt das war jetzt auch nur einfach so daher gesagt ich habe ja eine Zeit lang in Güterslo gewohnt aber ja Bielefeld ums Eck endlich um oder wie so ob neun von den Dickbatterien reichen irgendwie läuft heute Twitch bei mir richtig beschissen hängt die ganze Zeit Lade 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 spring da vorne spring da hinten vielleicht geht das besser ich fühl mich wie in ein DeLorean immer wieder Zeit springe nach vorne und nach hinten was soll ich sagen ob sie das mit Absicht machen wenn das Signal in Bayern kommt braucht es drei Jahre was soll ich da hin bauen beziehungsweise muss ja auch noch durch den Zoll durch ja die Angst ist immer halt mal wenn ich dann das Bundesland verlasse was an Bayern anliegt dass ich nie wieder zurückkommen darf weißt du ja das schlimm politische Gefangene oder so weißt du das ist ja mit so gewissen sozialen Parteien die hier so an der Macht sind die wollen ja auf einmal wieder alles abschieben möglichst vorgestern alles wieder rausschmeißen so ungefähr naja die nähern sich so blauen Parteien an ja und da du ja eh dazu ein dazugezogener bist du gehörst ja fast schon auf die gleiche Stufe wie ein wie ein Iraker Afghane oder Syrer weißt du ich sag mal so für den Verein ich kenne da so einen Verein der schon dafür ist Flüchtlinge schon ein bisschen ein bisschen länger bleiben dürfen sagen wir vorsichtig also also ich in dem Fall auch irgendwie kann sich der Radi nicht entscheiden wie er rum macht am besten das Gefühl das kann es nicht nie sein du dreht immer links rechts links ne ich drücke immer den ich drücke immer den selben Knopf bis es so ist wie ich es haben will ich werde auch noch spazieren ja weil ich am Turret fest hing falls es nicht aufgefallen ist dass man kaum durch die Gegend geschoben worden ist soo mir doch egal das ist uncool so äh ich wollte glaube ich das soo soo bei dem Gewicht was du jetzt hinten drauf hast hebst du gar nicht mehr ab das Ding soll ja auch nicht fliegen wenn du den ausprobierst hast du halt immer noch fliegen dann kommt irgendwann mal oder da wolltest du doch irgendwie so eine so einen Hubschrauber oder oder? mhm ach schade passt nicht hin das Hubschrauber passt nicht hin ne Hubschrauber habe ich auch noch keine Zeit aber ich kriege ja die was ist denn eigentlich das gelbe mit dem grünen Dingsbums da drin? das gelbe die lustige aus diese Gespräche auf der Metaebene welches grüne Dingsbums meinst du? du meinst du diese grünen Leuchte äh Streifen oder was? na wenn du in der Links in diesem äh Baumenü nach unten runterscrollst dann das glaube ich zweite von unten irgendwie so in dem Dreh das in der Mitte oder das äh ich seh es jetzt grad noch nicht weil du grad Schaufeln anbaust das Geocorp Payload Terminal oder den Geocorp Verschrotter ich muss erst gucken bis du die Schaufeln anzubauen hast aber das dauert noch ein paar Jahre nach der Schaufel das ist schon grad ewig hoch ja deswegen mein ich ja Schaufeln liegen schon daneben bei mir soweit bin ich schon bei mir noch nicht bei mir noch nicht nein du Spoilerst du Sack hör auf du siehst dann hier Schaufeln an ich hing das noch in der Vergangenheit fest ja kannst mich hier doch nicht mit solchen Tatsachen behaupten durcheinander bringen das Video kommt erst zu mir ums dann zu dir zu verteilen äh das das gelbe Ding mit dem mit der grünen Füllung mit den 2 orangen Punkten mit der 3 rechts unten annehmen das Payload Terminal das hab ich 3 mal das ist ein Block den kann ich ist ein Shop den bring ich den bring ich an und dann kann ich die Teile kaufen für die Bugs da unten zumindest die Teile die ich freigeschaltet hab dieses Orange mit dem schwarzen Bügel oder dieses Braune mit dem schwarzen Bügel was machst du mit dem schwarzen Bügel? mit der 6.20 oder mit der 9 das ist ne Lampe das ist einfach nur rundum Licht achso rundum Kennleuchte Disco Disco verarme weißt du rundum Kennleuchte ist beim Landwirtschaftsimulator immer cool je mehr rundum Kennleuchten an sind desto stärker lagts weil die sind richtig stark in der Berechnung also ungünstig fürs Spiel wenn du bei allen rechnest wegen Schatten und so oder? äh ich weiß nicht was woran es liegt auf jeden Fall darf man sollte man möglichst wenig anmachen weil die brauchen richtig Power jetzt weiß ich auch wieso manchmal hier der der ernte nachts ohne Lichtpferd übers Weltpferd der will auch keine Lecks haben wenn du leid ja sicherlich das wär so ein Laser? baust du jetzt per Laser ab oder wie? das ist ein Plasmaschneider mit dem ich abbauen kann mein ich doch weil ich hab flache Steine wenn ich den äh ich hab den beim letzten mal gerade dran gehabt und äh das mach ich auch wieder nach vorne und da ging das halt nicht aha jetzt kann ich halt einfach wenn ich flache Steine hab einfach von oben nach unten bäm einer der Gründe warum ich das die neu bauen wollte so ja wenn warum zeigt der mir immer an Rad ist überladen ist zu wenig Räder dran eigentlich wollte ich genau eigentlich wollte ich genau deswegen mehr Räder dran haben aber irgendwie ich hab keine Ahnung warum der das sagt ganz ehrlich ich weiß es nicht ob ich hier so wie er baut hab ich denn hier noch wenn uns wieder die Hälfte von den Teilen nicht mit von den gelben wieso ist da alles dran ja irgendwo lag noch eins daneben bei mir ja jetzt wollte ich schon wieder auch ja 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 das wird und wird nicht besser mit dir dafür ist die Entladung natürlich jetzt schwieriger zu erreichen mit dem nö warum geht das mit der Verlängerung vorne dran das ging gut abwendig und ich werde das das Ding jetzt wieder sowieso noch mal umbauen ich werde doch äh richtig die habe ich doch vorhin gesagt das macht alles das stellt nicht um nein nein die die Station ist ja jetzt eigentlich die hatte ich ja jetzt äh im letzten zwei Tagen ja am Samstag wo du dann ins Bettjagen bist glaube ich oder so ja nur was noch bis 6 habe ich gesehen laut Video richtig bis 6 Uhr habe ich noch gemacht oder halb 6 und wie sowas da habe ich die Station noch gebaut habe ich mich da so hingesetzt hier guckt wie mache ich es am dümmsten und jetzt zum Teil so ein paar Fehler aufgetaucht und jetzt denke ich mir halt wäre es das sinnvollste wenn ich einfach für jede Ressource äh einen spezifischen Lagerplatz habe mit drei vier einzelnen und dann würde ich die Dinger auch noch machen diese Sammler ja ja ich mache ja nach vorne würde ich ja sowieso machen da mache ich aber nur kleine hin wahrscheinlich da könnte ich ähm warte da habe ich die Idee hm ich kriege hier eine Rechnung für ganz andere Sache von einem Autohändler wo dann drunter steht Tiefelegung bei Fahrwerken wird ca. angaben dafür habe ich gar nicht als gar nichts für ein Auto bestellt auch schön dann merkt man schon was die erst dann da Text drin haben ja ich denke mal so sollte das reichen für vorne kann ich nämlich ok gut da bin ich jetzt drüber gefahren mein Paket ist auf das war jetzt damage keine Lust noch weiter fahren zu müssen so damit könnte ich jetzt dann hier so zack Raum gefällt zack Stein gefällt ja was vorne liegen bleibt kommt zwar beim drüberfahren hinten auf haha Und noch mal. Oh, das ist doch mein Scheißdreck. Was hast du für Probleme? Erzähl mal. Ich wollte nach Basis, habe es aufgerollt. Ich habe vergessen, das Waffenthalte mitzunehmen. Wieder zurück. Ich habe die Basis, das ist wieder voll. Dann lief es noch mal von vorne anfangen. Deine Räder sind überladen. Mach doch mal mehr Räder dran. Ich habe doch schon mehr Räder dran. Dein Holz vorne schaut lustig aus. Du und dein Holz. Du und dein Holz. Ist das eigentlich irgendein Lied? Ich höre das immer wieder Leute sagen und ich kenne es nicht. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Ich finde es auch persönlich gar nicht schlimm, dass ich es nicht kenne. Ich finde das cool. Man muss denen schon sagen, wie man aus so wenig so viel machen kann. Das ist sowas anderes, dass man das so kann, aber dieses lief. So. Werden wir dem Radi ein bisschen eine Orwurm verpassen. Ich würde sagen, schnell ist anders. Wer verpasst was? Wie ein Orwurm. Wollte er verpassen. Da bin ich aber auch stark dagegen. Heißt, teilen Button bei YouTube hat doch schon mal besser funktioniert. Ja. Lädt wieder. Ach so. Dann das, 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 das. Langsam. Selbst ein YouTube-Video lädt nicht. Teilen funktioniert auch nicht. Ah. Ich weiß ja gleich, Kopfschütteln bei sich vorm Rechner sitzt. Was baut der da für Scheiße dran. Wir sind. Wir alle, oder wie? Und um mich so schön über diesen Kackball gleich hinten dran. Wieso darf ich hier im Channel kein Text richtig schicken? Wollte ich dem Radieschen Ohrwurm verpassen. Ich darf es nicht. Na toll. Das ist eigentlich ganz einfach, weil du keine Rechte hast. Weil es ein offener TS ist und die Leute, die hier drauf kommen, erstens dürfen sie, zweitens kriegen sie keine Rechte. Nur wenn sie irgendwie eine Fraktion oder uns angehören. Warte. Gut, dann kriegst du keinen Ohrwurm. Ah doch, warte mal, ich kann dich vielleicht anstupsen. Probieren wir das mal auch aus. Hey, wake up! Ah, das geht sogar. Eigentlich war das die lange Erklärung, die kurze ist, du kommst aus Bayern. Okay. Geil. Hat er aber gut gemacht. So. Für was der Kackbalken ist, weil auf dem Kackbalken hinten nach unten ist ein Plasmastreiner dran. Nee, ich hab's ihm auch schon angestupst. Ich wollte einfach mal ich wollte nur einfach mal ein bisschen dich anstupsen. Ich kriege das Foto übrigens. Und der Plasmaschneider, da schneidet dann Plasma, ja? Genau. So. Genauso wie ein Zitronenpfeifer Zitronenpfeifer. Richtig. Irgendwo kommt man dir nach so ein komisches Bild hin. Wie ging das noch? Du halte auch Bücherheld, gell? Genauso. Wie ging das noch mal mit diesem blöden Foto hinzufügen? Wann das? Hammer, nein. Ich hänge schon wieder am Tourette fest. Dein Bild meint, das ist Avatar, ja. Darf ich auch nicht, gut. Alles darf ich nicht. Du, Sadi, wenn du den kennst, kann ich den Gästelechte geben, nee. Kenn mich nicht. Ja, wir Sachen posten, nee, kenn ich nicht. Gut. So, äh, Mörser. Wollte ich auch noch eine Handvoll dran machen, wahrscheinlich. Zack, zack. Nein, nicht da hin. Da kann ich immer noch nicht. Ah, jetzt kann ich. Gut. So wie mein Avatar. Hab ich auch was, sowas Schönes zu tun. Erstmal gucken, wo ich das überhaupt gespeichert hab. Ach, da fällt immer nur ein Lauf von den Mini-Mörsern. Das seh ich auch zum ersten Mal jetzt. Hm. So mit deinen Mörsern, ey. Problem? Ja. Definitiv. Vor allem hab ich jetzt auch nach hinten, wenn mich ja noch von hinten belästigen, wir haben ordentlich Waffen dran. Ja, nochmal diese. Wo könnte ich das Foto haben? Ach, verdammt. Was kann ich dir nie sagen. So, jetzt brauche ich da hinten auf alle Fälle nochmal... Ein Schild. so ich hatte glaube ich noch eine zweite scu dabei da ist die richtig hier parken ja die kann ich genau da parken da steht sie gut raffinerie herstellungseinheit verschrotter ich kann mal ein foto auf dem handysuchen Das war's für heute. 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 Nein, wenn der sich in die Erde einbuddeln könnte, sind wir nur noch die Waffentürme draußen? Äh, Belagerungspanzer StarCraft. So in die Richtung. So. Dann, äh, Scheinwerfer. Ach gut, wenn ich den da hin mache, können die Laser hinten nicht mehr schießen. Das ist natürlich doof. Irgendwas ist da scheiße. Oh, keine Güte, blödes Tearswick. Wieso geht das nicht? Ich bin klein hier. Okay. Die hier schießen jetzt wirklich nicht mehr. Dann bauen wir die halt da hin. Oh, jetzt klappt's besser. Gut. Oh, jetzt ist auch so'n hübschen Avatar drin. GZ? Hm. Fokusstrahler wärts zwar lustig, aber den Platz nutze ich für anderes wahrscheinlich eher. Holzding noch an. Was sagst du? Holzding. Holzding? Holz, Holzküche. Den Link, klick ihn nochmal an. Dann muss ich hier raustappen für. Grad da hab ich vergessen. Sag doch einer was. Was? Genau. Na, ihr könnt ja vorstellen, wenn ich versucht hab hier noch den Krimpil dran zu bauen hier. Kreissäge und äh... 15 Tonnen Schlagbohrer. Wobei könnte ich noch, ne? Und ein Flutlicht, meinst du? Oder was ist das Ding vorne dran? Das vorne in der Mitte ist ein Flutlicht, ja. Finde ich schade, dass man sich manuell einschalten kann, das geht nur automatisch bei Nacht an. Ah, mit dem Spiegelei ist auch ne schöne Idee. Mit was? Mit dem Spiegelei. Welches Spiegelei? Guck dir das Video an. Ach, raffiniert. Einfach neugierig machen, dass er klickt. Natürlich. Mhm. Wie du siehst, vermeint mein Fahrzeug gerade. Links, rechts, links, rechts. Äh, Radar hab ich immer noch vergessen. Sind immer noch alle deine Räder geschützt eigentlich? Ähm, Schild nicht, aber repariert werden sollten sie. Wenn sie mich nicht aufgeht, hast du Arcade gezogen, ne? Ja, dann müsste ich halt noch mal neue Teile kaufen. Dann müsste ich halt noch mal zusätzliche, ähm, Schildgenerator an die Seiten dran machen. Das ist noch scheißegal. Dann baue ich mir halt noch mal drei bis sechs Batterien mehr dran und dann ist gut. Die Batterien werden ja nur leer genuckelt, wenn ich betroffen werde, so richtig. Die haben zwar auch passiven, äh, Abzug, die Generatoren. Aber nicht so viel. So. Ich wollte immer noch das, äh, Radar haben. Da ist er eins. Ohhhh, Kosten für Holztelefon können abweichen. Ohhhh, ich mach's schon laut. Wie denn noch? Was, Kosten für Holztelefon können abweichen? Ja. So. Jetzt. Jetzt ist das Licht, jetzt ist das Licht, jetzt ist das Licht bei mir angegangen. Licht, was, wo Licht? An meinem Fahrzeug. So, ist die Erleuchte? Die vier Rundumleuchten. Was ist die Erleuchte? Ich sehe noch kein Licht. Ich sehe noch kein Licht. Ich sehe noch kein Licht. Das Rad ist verladen bei mir. Von dem Licht sehe ich noch nichts. Ah, jetzt geht das Licht an. Das ist sehr schnell. Bei Marius geht's wahrscheinlich erst in zwei Minuten an. Wahrscheinlich, ja. Ja. Wo ist denn? Oh, hier bin ich auf den Zünder, Mann. Und wie lenkt sich sowas mit so viel Gerümpel oben draus? Normal, oder? Es ist nicht so bergsteigerfreundlich, wie ich gedacht hätte. Bergab brauchst du auch keine Bergsteigerfreundlichkeit, oder? Ja, bergab nicht, aber bergauf halt auch irgendwie. Ne, ja doch, jetzt geht's ja doch, doch. Doof natürlich jetzt unten was, äh, oben ein Lager gebaut zu haben, wenn du runterfährst und nicht mehr hochkommst, gell? Ungünstig könnte man sagen. Aber es geht. Deswegen habe ich ja die vorderen Räder, da sind ja diese Anti-Rutsch-Räder dran. Mit denen kommt man dann ganz gut voran. Und diese Einzelteile kannst du nicht vom Auto aufsammeln lassen, oder wie? Nö, irgendwie nicht so. Da kann man ja beim, äh, Astronier grundsätzlich alles aufsammeln. Deine Räder sind immer noch überladen. Ja, ich weiß auch nicht warum. Soviel dran baust. Was soll ich denn bitte machen? Einen Block nehmen und nichts dran bauen, oder was? Nur Räder? Ja, warum nicht? Ja, genau. Das ist aber eher ineffektiv im Kampf so. Und ne Anti-Rutsch-Sicherung einbauen. Ist doch. Da und Dinger mitnehmen, die ich noch am Stein liegen. So, hier soll ich ein Gebiet erforschen. Wahrscheinlich dieses, äh, Lieder, ne? Machen wir das mal. Regenschirm drinnen Tag? Oh, manche Leute haben auch echt Ideen. Was denn? Da hat irgendwie ein, öffne deinen Regenschirm drinnen Tag erfunden. Ah, ja. Guck in die... Gießen sich die Gegner eigentlich selber auch gegenseitig ab, oder nicht? Ja, ja, ja. Ja, dann komm halt hinter mich. Dafür habe ich doch gesorgt, dass da auch jetzt Waffen sind. Zack. Du hast keine Freude an mir, Freundchen. Ach, sparen ich mich jetzt nicht überhaupt auf. So, dann kack ich mir gleich nochmal das Headset ab, weil ich jetzt Strom einstecke. Das ist eigentlich das Zeiteisen. Oh, schon halb zwölf. Der Bird. Oh, was denn hier schön ist. Klunk. Dampfmaschinen, aber wie sah das von Weitem aus? Wie sah was von Weitem aus? Kleine Lokomotive, find ich. Oh, meine Batterien halten ganz gut gegen die kleinen Feinde, ja. Oh, meine Batterien halten ganz gut gegen die kleinen Feinde, ja. Hork-Ei-Spreizflügel. Oh, Hork-Ei-Lizenz Stufe 1. Boah-Eis. Boah-Eis. Probierst du das bei den Bergen, die wir gar nicht vergessen haben. Probierst du das bei euch vertreten. Oh, und ich verstehe es euch jetzt mal. Ich verstehe euch nicht aber mal. Oh, meine Batterien. Du kannst mich auch mal. Ogst du die ganze Zeit vertreten. Oh, meine Batterien. Ich verstehe euch. Ich verstehe euch nicht. so finden wir irgendwelche teile was abgefallen ich so aus beide rumschmeißen hier während die die geocorp typen hier die die abbau fritzen sind quasi jetzt hier die schwarzen die militärfraktion meine ich jetzt sind weit wurf Amen. 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 Mit dem vorigen Fahrzeug hast du nicht so Probleme gehabt, die kleinen Gegner kaputt zu machen. Mit was für einem Fahrzeug? Mit dem vorigen Fahrzeug. Wieso, jetzt habe ich doch noch weniger Probleme. Ne, jetzt eben die 3D, die du platt gemacht hast. Teilweise habe ich ja kurz gewartet, was meine Batterien sagen. Deswegen. Oha, der zerpflückt mich gerade. Aufbauen, Lader dran. Das dran. Das dran. Zweiter Lader. Da haben auch gerade Blöcke auf dem Dach Schaden genommen, da habe ich kein Schild, wie es aussieht. Inventar. Naja, ich sage mal, viel Spaß noch und bis demnächst. Ja, danke, dir so. Okay. Gut. Ja. User disconnected from your channel. Meine Rede. Oh. Müsste man mal gesagt, ja. Ich kann es nicht erwarten, bis ich mal so einen mobilen Generator ab... Ja. Weil... Dann baue ich einfach nur irgendwie so ein Förderband... ...mit 5 Stücken Holz oder irgendwie sowas drauf... ...was dann den Generator füttert. Ja, dann baue ich halt einfach nur, wenn ich losfahre von der Basis... ...fahre ich über einen Baum drüber, packe das Holz auf das Förderband drauf oder so... ...mache da am besten noch einen Filter davor, den ich ausmache... ...und wenn ich dann Strom brauche, dann mache ich den Filter an... ...sach hier Holz darf durch... ...und dann habe ich einen Generator und brauche nicht mehr am Tag hier... ...die Solardinger aufstellen. Ja, das Riesending da vorne, was sich da gerade... ...so selbstlos geopfert hat. Dem habe ich ja zum Glück, äh... ...die eine Seite weggemacht. Jetzt kann er nicht hinterherkommen. Falls du die Größe von dem Teil gesehen hast, das war ungefähr... ...zwei, drei Mal so groß wie meins, ja. Ja, jetzt gerade bist du bei mir im Kampf. Ja, bei mir stehe ich schon wieder die ganze Weile da... ...und mache meine Batterien voll. Aber der haut auch, äh... ...einen Schaden raus mit seinen 10.000 Lasern, ne. Oh, ich habe ein Rad verloren vorne. Mhm. Jetzt hast du auf. Ich dachte, der hat... ...das, was ich vorhin gesagt habe. Nein, 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 das ist wahrscheinlich gerade eben, als die mir aus Rad drauf gefallen ist. Oh, ich habe ja noch ein paar Dutzend von denen. Kein Problem. Vor allem war das sowieso Ramm-Schaden und der geht durchs Schild durch. Warte. Ich schätze mal. Ich schätze mal, ich brauche wahrscheinlich zwei von diesen Generatorern. ...einer wird nicht reichen. Überlegst du dir jetzt schon, wie du den gleich noch aufs Grund nimmst, ha? Ja. Ja, guck doch mal auf meine Batterien. Die mache ich gerade voll. Die sind jetzt... ...jetzt gerade, wo wir gerade reden, sind die gerade bei der Hälfte. Aber der ewig hier. Ja, ja, das sind von den mittleren Batterien. Das sind, boah, neun, elf Stück, glaube ich. Und eine sind acht von den kleinen. Ja, 88 von den kleinen Batterien, die ich gerade mit zwei Ladern voll mache. Das ist, äh... Ja. Die Zeit, Leute. Wohl. Komm her, da braucht man noch nicht leise sein. My M.G. So lange, wie das lädt, kann ich ja mit den neuen Blöcken ein bisschen experimentieren. Ich bin größer, als ich gedacht hab. Das sind die Tritträder. Oder sind die für unten drunter? Boah. Oh Gott, dann machen wir hier mal... Winkliges. ... 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 Noch ne Anhängekupplung dran? Verdammte Scheiße Ach du Schande Das ist auf alle Fälle schnell Kommt dir näher der Gegner ne? Ehrlich nicht Ich weiß nicht wieso du lachst aber Ich seh nur wie du den kleinen Opferbild aufbaust Weil ich mich grad bei dem Ding aufs Kreuz gelegt hab Durch nen Rückstoß von den neuen Waffen So Wenn ich die aber mal spaßhalber drauf gesetzt hab So warte mal Gut die Räder werden dann vielleicht für ein neues Flugdingen Wenn ich mir ein richtiges baue Auch wenn Gyro dafür noch nicerer wäre Was ist jetzt das Ding hier gut? Was für ne Art Rad soll das sein? Doch eher an die Seite ran Okay Ahja so So Wieso baust du eigentlich noch ein kleines Fahrzeug Weil ich mir die neuen Teile angucken will Während das äh Große Fahrzeug auflädt Achso achso du willst die Zeit effizient nutzen Ja Wobei die Batteriener ist fast voll Na gut die Räder sind nicht ganz so schnell hier Ui Und Kann das was? Ja Jetzt hab ich gesehen dass du dich zur Seite gelegt hast Die Verzögerung wird als größer bei mir Hä? Die Verzögerung Möglich Ich weiß noch nicht Als größer Du den Eindruck Alles möglich Verzögerung nochmal 5 Oh geil Trittrad Offroad wheels Strong Maneuverable Strong Maneuverable Lowkey Scouting Was sagt er hierfür und So jetzt passt es Hierfür Okay 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 So jetzt passt es Beidegarde Ja Okay 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 Gut, die Panzerung hier hält mehr aus. Gut, die Panzerung hier ist. 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 Das ist ganz wichtig. Gut, die Panzerung hier ist. Die haben teilweise Schilde, wenn sie droppen, aber keine Möglichkeit zum Laden. Das heißt, sobald die an Batterien leer sind, hat sie sowas mit Schilden oder Regenerationen. Aber die, die Schilde haben... Also ich habe schon viele gesehen, die halt die Generatoren dabei haben, aber die hatten immer leere Batterien. Die, die ich sehe, die auch mit vollen Batterien droppen, das sind hier die aus der Invasion. Das sind dann größere Gegner. Dann kannst du den schön von der Seite nehmen, gut. Jetzt soll ich das Flugteil greifen. Ja, bei mir ist er jetzt gerade fertig geworden. Nee, noch nicht. Viele, viele neue Blöcke. Jetzt bist du fertig geworden. Mit dem. Ganz viele, ey. Wow. Gut, du hast natürlich 90% zerschossen. Ja, einiges ist ja, du siehst ja an den grünen Bällchen, ist ja dann auch einiges dran kaputt gegangen. Na ja, wenn dann da die grünen Explosionen kommen, dann weißt du, du hast eine Batterie oder einen Tank zerlegt. Gut. Gut. Vielen Dank. Ja, dann müsste ich mir für größere Gegner vielleicht wirklich mal mehr Batterien anbauen. Ja, das war knapp gewesen, Freund. Na, wenn der nicht... Dann... Na, wie heißt's? Wenn der nicht die Räder weggehabt hätte, wäre er doof gewesen. Dann wär's, ja. Aber die habe ich ihm ja natürlich gezielt zur Schossen, wie sollte es anders sein? Ja, ja, genau, genau. Vor allem, weil du bei diesem Spiel ziehen kannst, wie du mir schon mal... Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, der Block... Die Waffen ziehen immer aufs Cockpit. Ja. Und du kannst es schon so halbwegs gezielt... Du musst ja gucken, auf welcher Seite du angreifst. Du siehst ja, von wo er schießt. So. Investigate unidentified object. Mach' wir das doch mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, da sind zum Fliegen wahrscheinlich diese Turbinen wirklich am besten. Diese, die ich gerade bei dem Flugdingens außen dran hatte. Weil die können durchgehend feuern. Die Raketen feuern ja nur, wenn du Sprit hast. Gas gibst. Ne, ne, du hast am Boden steuerst der mit WASD. W vorwärts, S rückwärts, AD drehen links-rechts. Und mit Shift startest du den Boost für die Raketen. Ganz egal, in welche Richtung sie gucken. Mhm. Äh, mit Shift startest du aber auch diese, äh, die Triebwerke. Also diese... Ja, und die können halt die ganze Zeit durchdrehen und Schub erzeugen. Und hier droppt auch gleich wieder was. Gucken, wie groß das ist. Naja, nicht wirklich. Also müsstest du quasi Flügel dran machen und dann die Dinger nach unten lösen müssen. Ne, nach hinten. Für Schub. Ja, die kleinen ärgern dich, äh, würden mich am meisten ärgern, glaube ich. Ich hab ja extra wegen den kleinen Laser nach hinten dran gemacht und dann geht das schon so halbwegs. Ja, das komplette Heck, siehst du ja, komplett. Voll mit Lasern. Und wenn sie halt von vorne zu nahe kommen, äh, hab ich ja diese Mörser dran, diese kleinen. Die sind ja zielsuchend, mehr oder weniger. Und die, die großen drei Pfundkanonen, die hab ich ja extra, deswegen hab ich die auch hinten auf dem Arm drauf. Dann können sie sich nämlich nach links und rechts drehen. Wie soll ich denn hier Venture-Teile? Venture-Rallye-Scheinwerfer. Oh, da vorne ist ein großer Tisch. Das war ein großer Tisch. Das war ein großer Tisch. Ja, jetzt übertreibt er hat Flicker-Bug aber. Hier flimmert irgendwie, äh, beim Menüdie in der Zeit. Ja, das hat das Flicker, das ist aber ein... Also hat, ja. Ein Bug, der wohl schon länger drin ist. Der aber wohl besser geworden ist mit den letzten Patches. Ja, die versuchen einfach nur die Frequenz herauszufinden, wo die Leute einen epileptischen Anfall bekommen, weißt du? Wahrscheinlich. Ja, dauert es so lange. Die korrigieren immer wieder, nachjustieren immer wieder. So, Meister-Ernter 4, Verkaufe-Ressourcen. Nehmen wir an. Suspicious Package, nehmen wir auch an. Burry Treasure. Natürlich. Tech-Jäger. Nimmst du ja immer fast alle an, oder? Ja, es kommt drauf an. Nicht, manchmal nicht alle, aber normalerweise ja. Vor allem brauche ich ja die XP, damit ich dann die Teile freischalten kann. Mhm. Aber das sind die Belohnungen, die waren ja auch teilweise schon brauchbar. Ja. Und je höher das Level ist, umso mehr finde ich ja dann auch. Deswegen habe ich ja zwischendrin immer mal wieder diese, die Venture-Feinde. Und kriege dann Venture-Teile von denen. Was hat der denn da Flügel hinten drauf? Ist das ein Dragster, oder was? So, jetzt hat es eine andere Frequenz. Das hat. Hat es das? Wenn es gleich dumm macht und... Dann hat es meine Frequenz, weißt du. Ich könnte ja gleich versuchen, so einen Bomber zu bauen mit den Mörsern, ne? Einfach irgendwie so 10, 15, 20 Dinger dran bauen. Muss ich ja noch Flügel für kaufen, eine Menge. Aus dem Genauftrieb musst du nur schießen. Bleibst aber in der Luft, genau. Du weißt doch, kommst du mit Gewalt nicht weiter? Hast du davon zu wenig eingesetzt. Mhm. Naja, wenn ich irgendwann mal diese, diese 5 Wege Steuerdüsen habe, kann ich ja wirklich mit diesen, ähm... Brauche ich da das Gyro für, damit das Ding stabil bleibt und nicht einfach umkippt. Und, ähm... Diese 5 Wege Düsen. Und damit kann ich dann... Und damit kann ich dann... Oh, da haut er ab. Ja, wirst du dringend holen. Mobbing. Achso, wenn ich schon an der Station vorbeifahre, kann ich ja auch mal die... den übertriebenen Output nutzen, um mich kurz vollzuballern. Okay. ämm... Ämm... Aaster.. Ähem... Aaster.. Ein Einer ist eine entscheidende ähnliche episode. Der Block liegt hier außen seit Tagen rum. Der Block liegt hier. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich flüge! 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 Das funktioniert so schnell nicht. Amen. 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 fliegt ja auch so halbwegs das gleitet mehr es ist zu schwer aber es ist ja auch vollgepackt mit waffen und haben nur die kleinen sturm flügel dran hatte das ding eben kaputt gemacht hat wollte ich dir eigentlich sagen und er hat dir auch gesagt dass es hinten geflogen also es ist am heck hochgegangen immer wieder vorne nicht naja macht vielleicht mal vorne die 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 dahin die die langen flügel aber hier mal so zwei da zwei diese gut ich könnte auch von von venture die flüge die kann man auch verlängern die könnte ich ja kaufen ich müsste sie bauen wie es aussieht ich muss das mit den teilen die ich habe ach so so rechts links Links, rechts, links, rechts, was da hin? Links, 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 links Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja da will sie auch fliegen und nicht fahren ich brauche mehr thrust wo ist es? da ist es nein, geh weg da ich brauche mehr wenn man also ich jetzt noch damit zielen könnte wir treffen das ist auch noch richtig gut es ist halt nur tiefer fliegen haben dann trifft er mich ja ich bin der könig der welt das ist halt nur tiefer fliegen höher umdrehen da ist er ja jetzt despawn wieder muss ich mal so hier versuchen aber was bringt dir das die dinger von oben zu beschießen wenn du die nicht loot ist xp ok ich bin hinten zu schwer oder so wenn ich das wundert weil ich vorne mehr waffen dran habe naja ich lass das ding erstmal so sein und bei mir später was besseres weil ich denke mit dem raketen macht das mehr sinn wenn ich die raketen habe von von hawk das ist ja geil und ein reines huber teil dafür brauche ich halt das gyro was ich noch nicht habe und also glaube ich zumindest ich brauche weil als ich es zuletzt mal so versucht habe dann kann ich eben mal machen das hier gucken was bei rumkommt äh das hier ähm 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 äh ähm 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 flach und ich habe es falsch rum nicht doof mhm Ja, keinerlei Kontrolle Vielleicht brauchst du noch einen nach hinten Weißt du, den Vortrieb gewährleistet Und wie soll er die Rotation aufheben? Du kannst einen sauberen Überschlag machen Weißt du, was ich meine? Ich weiß nichts Dann ganz hinten, der da hinten strahlt, genau Mütig Der ist zwei Blöcke breit und mein Ding ist drei Blöcke Weiter Deswegen mach ich es ja jetzt anders So Oh, ich kann nicht lenken Klack Bist du dich im Kreis? Jemals so falsch gemacht, nein Naja Ne, geht nicht, ist nicht Räder, Räder, Räder Ja Sieht aber schon mal besser aus, oder? Ja, aber das ist nicht steuerbar Ich kann das, durch das Gewicht ist es jetzt vielleicht besser Aber ich kann es nicht steuern Die, 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 die Ventilatoren da quasi drehen können Naja, ich denke mal dafür ist das Gyro dann gut Weil ich hab's ja schon in einem Video gesehen Da hat sich halt auch noch eine kleine Drohne gebaut So irgendwie drei, vier Blöcke lang Mit den Teilen als Triebwerke nach unten Und hat halt dann diese, ich glaube ein Gyro hat er auf alle Fälle drin gehabt Und diese, ähm Was ist die da? Gyroskop halt Was, äh, dein Ding instabilisiert Das Flugverhalten Ja Also ein, ein echtes Gyro, zum Beispiel im RC-Modellbau Greift, äh, 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 Mist anhand der, äh, Gravitation glaube ich Und, oh, deutsche Sprache, däh Es merkt, es merkt, es merkt die, äh, Position und die Bewegung eines Helikopters zum Beispiel Von wegen, in welcher Richtung dreht er sich, wie schnell dreht er sich und so weiter Und greift dementsprechend, äh, wie es eingestellt ist auf die Servos und Motoren zu Um das dann zu stabilisieren Mhm Das heißt, wenn du deinem Heli sagst, der soll einfach nur gerade nach oben fliegen Und, da kommt dann halt ein bisschen Wind Dann merkt das Gyro das und, äh, regelt dagegen, dass du wirklich nur gerade nach oben fliegst Mhm Früher hat man das glaube ich mechanisch gemacht, mit einem Kreisel Wenn ich mich nicht irre Aber ich irre mich wahrscheinlich So, Räder wollte ich jetzt erstmal Räder, Räder, Räder Radeblöcke Hauptsache, Räder, Räder Hauptsache, Räder, 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 Räder jetzt genau ich hab die raketen gezündet weil die oben sind gibt es halt anderen nach unten haben wir uns mal durch die mitte ach schon alles kaputt läuft aber das bringt mich in der tat auf eine idee was wäre wenn ich jetzt hier hingehe nehm... ... ... ... ... Oh. Ja, der Racketschupio ist schon nicht unwichtig. Aber es geht. Ja, das Ding biegt ja auch eine Tonne. Ich denke, wenn ich jetzt die Flügel noch einen Block höher setzen würde, vorne und hinten jeweils noch um ein Segment verlängern und noch zwei Triebwerke mehr. Ja, das ist gut. Oh, dass das Ding halt keinen Schaden macht. Ach, das ist diese Mission, die sie ewig weit weg war. Und das hat es jetzt auch ganz weg. Yay. So fast. Mal vielleicht neu starten. Wow. Wow. Okay, wenn ich ganz runter gucke, geht's. Das ist wohl... ... von einer Weitsicht vielleicht zu tun, wer weiß. Sobald ich das Menü hier offen habe, für die Mission geht's auch. Hm. Ich finde das witzig. Ja, dann geht's. Na, wenn ich jetzt mal mit dem Dicken, die zu der Mission fliegen würde, weil die ist noch aus dem alten Gebiet, wo ich die erste Bar hatte, hab ich da noch angenommen, na, die Mission. Ja. Ja, und die kannst du nicht abgeben? Ja. Ich könnte die was schon. Ich weiß nicht. Aber wofür? Es gibt XP. Und Teile. Wo ich die Teile vermutlich nicht mitnehmen kann. Mhm. Die viel dringlichere Frage ist eigentlich, äh, Spawn an der Box gleich Feinde. Erstens. 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 Zweitens. Dass ich mich die ganze Zeit frage, gibt es auch fliegende Gegner? Nein. Soweit ich weiß nicht. Weil die Flugsteuerung ein bisschen mehr ist. Und der Computer da, wo auch Probleme mit hätte. Ja, das Blöde ist ja schon alleine, damit ich hochziehen kann, muss ich S drücken. S ist aber bremsen, wenn ich noch am Boden bin. Hm. So, die Steuerung ist sehr eigenrund, ich merke. Ja, so kann man es auch nennen. Und Ambush, scheiße. Ich sehe gerade, er knärst sich die Box rote Kreise weg. Ah, fuck. So tief. So, ja. Die können ja auch in die Höhe schießen. Ja. Oh. Das mit dem Ziel muss man noch ein bisschen üben. So. 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 Ihr habt nichts getroffen, glaub ich. Ich wünsche euch doch mal kurz um die sein. Was kostet die Welt? Wann können sie liefern? Was ist denn das schwarze Eintür? Was meinst du? Länger schon. Das schwarze in der Mitte? Das sind die Hawkeye-Flügel von der vierten Fraktion, die ich jetzt habe. Ja, so wie Geocorp gelbe Sachen hat und Venture dieses rot-weiß-blaue, ist Hawkeye-Schwarz. Und GSO ist halt so grau wie die rot-weiße Streifen. So. 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 Das sind Endstücke. Die haben hinten keinen anderen Punkt. Oh. Ungünstig. Ach, Ficken. Jetzt. 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 Jetzt ist er mal oben. Das Ding ist unten schnell. Dein Gegner. Oh, fuck. Ich bin recht schnell tot, wenn ich mich hab. Oh, fuck. Oh, fuck. Dann versuchen wir es halt so. Klatsch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Und natürlich hängt der Große im Turret fest. Wo auch sonst? Vielen Dank. 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 , das technische 1 komplett wir haben gerade die meldung techjäger 1 komplett was? nette sachen konntest du lupen ne überhaupt wisst ihr was hier übrig geblieben ist wer um die zeit jetzt noch vor whatsapp schreibt der bird geschlagen hier kamen zwei blöcke bei raus zwei rockeye blöcke hier Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Von denen habe ich ja hinten auch den Ausleger voll und die vordere Hälfte vom Dach. Untertitelung des ZDF, 2020 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 hat er nix hier, aber hinten ist alles voll mit Teilen, die hier festhängen jetzt. Ja, mit der ganzen Kohle werde ich mir morgen wahrscheinlich die ganzen Förderbänder kaufen, die ich brauche und werde die Basis noch mal komplett neu machen. Die Verteidigung anders lösen. Da wir für eine dritte Storytube bauen. Wir sind weiter entfernt, dann würde ich... Nein, weiter entfernt nicht, weil die bekommen ihre Energie von der Basis. Aber ein drittes kann ich noch mal. Wie weit kannst du die bauen, entfernt? Das ist jetzt hier direkt neben dem, könnte ich weiter wegbauen, aber das auf der anderen Seite ist, glaube ich, schon ziemlich weit von dem weg. Also da war ich überrascht, dass das Ding überhaupt so weit geht, das Ladeteil. Die haben ja zwei Batterien, damit sie sich halt was haben als Backup, aber die kriegen halt ihre Energie von dem Langstreckenaufladeteil. Dann würde ich da die maximale Range ausnutzen. Das ist da hinten, das lasse ich so, dass hier vorne kommt ein bisschen weiter weg, bzw. ich muss wieder gucken, von woher aus ich da entlade, dass ich nicht dann so wie jetzt das Detroit im Weg habe. Und eins kommt noch hinten hin, also ein drittes kommt noch hin. Von der Landebahn, anstatt dann würde ich machen, für Flugzeuge. Aus Blöcken. Aus Blöcken. Ich weiß nicht, wie das auf die Performance schlägt. Ich meine, ein kleines Lande-Ding jetzt habe ich schon gesehen, ja. Das haben manche Leute gemacht. Also von wegen auf so einem Stein gelandet und dann auf dem Stein ein paar Sachen hingestellt und am Rand vom Stein dann so wie so ein Ausleger so ein kleines Helipad hingemacht, so ein längeres. Ja. Aber so eine richtige Landebahn. Ich meine, hier ist ja auch eigentlich glatt genug, ist ja nicht so, als wenn ich es brauchen würde. Du bist immer wieder hingeblieben überall an den Bäumen, an den Felsen. Beim Starten, ja. Beim Starten, ja. Beim Landen doch nicht. Nicht, aber beim Starten, dann... Beim Starten brauche ich doch sowieso irgendwie ein Hügelchen, wo ich hochkomme. Naja, bis du dann irgendwann mal den Hoover hast. Dann könntest du dir so ein kleines Pad bauen, wo du drauf landest, wo es dir ist. Äh, jaja, klar. Ja gut, dafür brauche ich dann aber auch keinen, ne. Wenn ich den Hoover hab, äh, dann kommen da unten Mörser dran. Oder sowas. Oder Raketen. Oder Marschflugkörper. Und dann kann ich da einfach in der Luft schweben und unter mir alles kaputt machen. Hoffe ich. Wird sich zeigen. Hm Was meinst du? Das Material, was du hinbringst. Wird dir irgendwas spezielles, oder mach das daher nach? das jetzt geht einfach nur durch also er kann sortieren ja er macht ich habe vorne zwei abzeigungen wo brennstoff ausgeht also holz kohle und diese komische rote zeug vielleicht diesel und hinten halt die normalen alle anderen ressourcen also jetzt in dem fall links der bunte haufen ist aber jetzt gerade dadurch dass die normalen behälter sind voll da geht es einfach nur durch wird raffiniert und verkauft direkt also sortiert zwar immer noch den brennstoff auswählen kann aber es bringt ihm nichts und ich will zeit so machen dass ich für jede ressource eine lane mache und dann kann die ressourcen nur da lang wow der ist wieder der scheiß turd gerutscht wieso hier ist gerade boden das ding ist schwer wieso rutscht das teil wie der turm hängt fest keine ahnung er wird durch die bewegung des tors vorhanden gesaugt oder was der dreht sich so schnell ist der reinste orkan ich bin draußen wünsche euch eine gute nacht kurz nechtle user disconnected from your channel und er könnte wirklich eine ganze menge platz wegnehmen dann wenn ich für jede ressource eine eigene lane mache wieso ist eine eigene lande was übersichtlicher ist ich weiß jetzt nicht wie viel habe ich für jede ressource ich muss hinten in diesen komischen stapel hier rein gucken und wegen was ist noch da was brauche ich wenn ich was bauen will also ich ja zum beispiel hier jetzt mal an ich baue jetzt den großen ressourcen empfänger sehe ich brauche hier barren barren kristall dann muss ich ja gucken wie viel habe ich von jedem noch da und dadurch ist ja nicht alle zusammen sind sondern das sind teilweise halt noch das dunkelblaue habe ich hier ein bisschen was habe ich da ein bisschen was ach so da ist da ist nicht ein container für eine sache richtig richtig das ist einfach alles was vorbeikommt ist natürlich gesammelt deswegen habe ich ja wenigstens den brennstoff abgesammelt auch wenn das quatsch war wäre sinnvoll das kann man nicht einfach zwischendrin dass du sagst du hast ein ein wie jetzt auch noch du kommst mit einmal rückwärts ran gefahren das nimmt alles auf und zwischendrin wird doch 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 genau so will ich es ja machen also will ich es machen das sind der filter einfach filter rein von wegen hier zur seite weg hier darf nur das material rein hier darf nur das material rein und jede dieser lanes kriegt da halt kleine speicher behälter also nicht so groß wie das hier ich denke mal sind obwohl ich könnte hier diese vierer behälter nehmen jeweils ein das fährt zwar eine menge zeug aber passt schon da hätte jeder dieser lane einen dieser dieser 2x2 behälter hier wo dann das jeweilige material gespeichert wird so ich bin einmal losgefahren ich hatte vorher ist klar schon wieder hängt er am turret obwohl nichts ist der soll nicht bewegen nichts hat keine ki drin trotzdem rutscht er da rein was ein scheiß so auf alle fälle ich hatte bevor ich losgefahren bin hatte ich glaube ich 8 oder 11 ressourcen verkauft von 500 jetzt habe ich den karten einmal leer gemacht und bin bei 252 da hinten ist immer noch ein klumpen darf so ich verkaufe also 252 von 500 also 500 voll machen und dann einmal verkaufen oder was nenne ich oder ist es dieser meister der skill nein nein meister unter 4 ist die mission ja ja und ich habe halt jetzt seit ich die mission angefangen habe sie hatte bevor ich hier angekommen bin also ich habe ja gerade eben das ding voll gemacht oder fast voll ich glaube da war noch platz irgendwo und bin ja dann mit den ressourcen hier ran gefahren und das waren 240 oder so ok das finde ich doch schon recht nice dann werde ich wahrscheinlich am besten auch noch zwei raffinerien nehmen am besten dann gegenüber bei einer ist zu wenig bei einer hatte ich ja vorhin gesagt habe ich das problem dass hier nur wieder mal sachen vorbeigehen einfach zwei raffinerien die sachen vorbeigehen naja wenn jetzt hier auf der einen äh das reicht selbst wenn du nur eine lane hast die dran vorbeigeht hier habe ich ja sogar zwei die darf zugehen jetzt eine kreuzung mhm die sachen die vorbeigehen bewegen sich schneller als die raffinerie raffiniert ja das heißt wenn du jetzt aufträge hast so viele sachen reinkommen dann passiert es oftmals dass die ersten vier blöcke gehen rein und die danach gehen einfach weiter ohne dass sie raffiniert werden ok und wenn du da davor wie soll ich sagen einen kleinen pufferspeicher nimmst was nimmt denn die raus überhaupt was was nimmt denn die raffinerie raus wo was du brauchst ich gehe hier auf die raffinerie was die einstellt so was nein nein ich gehe auf den ich habe ja direkt neben der raffinerie habe ich ja die produktionsteile da wähle ich dann aus zum beispiel dark side spoiler block herstellen jetzt ruft das ding bei der raffinerie an und bei den einzelnen speichern und fordert das zeug an mhm so jetzt das ding hat nur drei blöcke gebraucht die sind alle eingegangen da sieht man da auch ähm ups da da gehst du zu so hat er rausgeschmissen da ist der dark side spoiler da aus das lustigste haus nochmal hack spoiler kleinere auto draus brauchen nur damit so hier rechtsweg drauf bench auf flügelspitze block herstellen nehmen wir die antennen raus ruft überall an fordert die ganze blöcke an hier kommt jetzt schon ein bisschen mehr wie es aussieht erster blöcke geht rein zweiter blöcke geht rein dritter vierter und jetzt gehen sie hier vorbei und da merkt man schon ist er nachher schnell vorbei er ruft neue blöcke aus dem lager ab und die gehen einfach durch weil sie nicht gebraucht werden werden hier hinten dann zwangsraffiniert und gehen dann in werden verkauft ja ähm mal eine andere blöde Frage wenn du die raffinii kannst du die fabrik nicht direkt an das Förderband setzt sondern ein separates Förderband was aus dem Speicher nur aus dem Speicher nimmt direkt an die raffinerie dran wenn da nichts mehr reingeht müsste das so stehen bleiben vor der raffinerie oder nicht äh die Sachen brauchen aber nicht alle raffinerierte äh raffinierte Sachen nicht jeder Auftrag braucht raffiniertes Zeug nur wenn ein Auftrag was zum raffinieren braucht nimmt er das deswegen ist die raffinerie hier daneben dran hier vorne beim verkaufen habe ich es ja ähm ich habe es ja so gemacht hier ist ein Filter der lässt nur raffinierte Sachen durch Sachen die nicht raffiniert sind und müsste in die raffinerie rein weil hier nur wieder kommt es halt vor wenn hier hinten was durchgeht oder wenn ich was verkaufe die ersten paar Blöcke gehen ja hier schon in die raffinerie rein und dann habe ich hier hinten raffinierte Blöcke stehen aber raffinierte Blöcke können nicht nochmal in die raffinerie rein also musste ich die irgendwie vorbeilassen und deswegen halt hier der Filter nur für raffinierte Blöcke Windscher-Mittelflügel braucht ganz viel Holz ja achtmal braucht der Holz vier Stück gehen jetzt wahrscheinlich rein vielleicht auch fünf ja und drei Stück gehen vorbei und nochmal drei Stück abrufen aus dem Lager und ich habe es gerade tatsächlich geschafft das Lager mit Toys leer zu machen läuft Hä? was denn? schon Mittelflügel ach so ach so wahrscheinlich nochmal Hack-Spoiler oder was größere als er dann kommt auf dem Lager auf dem Lager mit 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 Amen. Die, das Vorderband, die setzte quasi immer in eine Richtung, ja? Ja. Ähm. Na, was ist denn, wenn du die nicht... Du kommst mit dem, die, 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 die Raffinerie und die Fabrik, die beiden Dinger. Ja. Ähm, nicht an das Vorderband mit dran packen, wo es, wo es jetzt ist, sondern quasi eine andere Seite machen, das, wo ein Vorderband ist, was nur aus den Ressourcentöpfen nimmt. Und da, wie, wie, wie eine Art Ländlosschleife machen. Also quasi ein Block nimmt raus. Ich weiß nicht, so ein Viereck quasi. Das, was die Raffinerie nicht genommen hat, das weiter im Kreis läuft. Müsste ich gucken, ob das funktioniert oder ob der dann, wenn das vorbeigelaufen ist, auch rumschreit. Müsste man probieren. Also wisst, was ich meine. Naja. Dass ich dann quasi hier hinten, äh, hier wieder zurücklaufen lasse. Hm. Hm, genau. Aber halt getrennt von dem Vorderband, was in, äh, was, was... Naja, hier so extra raus, dann hier hinter oder so und dann hier so ein Kreisel, wo das dran ist. Das Problem dabei ist dann aber... ...dass ich das über einen Verteiler machen müsste, glaube ich. Was über? Über einen Verteiler. Und den Verteiler verteilt abwechselnd. Das heißt, wenn ich was verkaufen will... ...müsste ich davor vielleicht einen Filter machen, der das Ding komplett zumacht. Jedes Mal, wenn ich verkaufe. Dann bin ich den Filter komplett offen, wenn ich, äh, produziere und den Filter komplett zu, wenn ich Nutzeuge heranbringe zum Verkaufen. Damit nichts hinten auf diesem, äh, Kreislauf hängen bleibt. Damit da gar nichts erst draufkommt. Ach so, die Raffinerie nutzt du quasi auch, wenn du verkaufst, ne? Ja, das ist nicht schlimm. Da hinten haben wir ja noch eine. Die eine reicht mir. Da brauche ich die da vorne nicht. Mein Problem ist, wenn ich jetzt hier, sag mal, hier hinten so einen Verteiler hinmache. Damit das nicht aufgeteilt wird. Einmal darunter zum Verkaufen, einmal hier rüber zur Seite zum, ähm, Produzieren. Wenn du einen separaten, getrennten Produktionskreislauf machst. Wenn du jetzt hinten diese, ähm, wo diese Stapel Material sind, die da hochstehen. Ja. So, wenn du jetzt nochmal von der linken Seite läuft jetzt die, das Standard, äh, Förderband lang. Ja. So, und wenn du auf die rechte Seite, ohne dass das Förderband auf der rechten Seite mit dem auf der linken Seite zusammenhängt. Nur da einen kleinen Kreislauf machst mit der Raffinerie und mit der Fabrik. Das muss doch zusammenhängen. Ich muss doch irgendwie an das, an den Stapel rankommen. Ja, von rechts. Ja. Und da muss ich Verteiler hinbauen. Weil ich kann zwar zwei Bänder zu einem zusammenführen, aber ich kann nicht, äh, aus einem Band zwei machen ohne Verteiler. Und der... Nee, das sollen zwei einzelne Bänder sein. Ach, verdammt. Verstehst du mich grad nicht? Ja, aber wie soll das Zeug denn auch von den, von den, von den Dingern an die Raffinerie rankommen, zum Verkaufen? Äh, zum, 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 zum... ...herstellen. Du hast deine Stapel. Ja. Wo das Material drauf ist. Auf der linken Seite kommt's an. Und wird dann reingesaugt, weil der, weil das Ding sagt, ja, ich will haben. Ja. So. Und auf der rechten Seite davon ist der Kreislauf für die Fabrik. Nimmt das Zeug nicht, nimmt das Zeug sich das nicht raus? Ach, du meinst jetzt hier hinten dran? Ja gut, das könnte ich natürlich machen. Dass der dann hier hinten einfach nur nimmt. Ein separatem Kreislauf. Dass der einfach nur an demselben Pod, äh, Pad dran ist. Ja gut. Ja, ja, ja. Das könnte man natürlich versuchen. Da, äh, äh, das so machen, dass du ein, was weiß ich... Das wird, das wird, das wird, das... ...dass du mit einem, mit einem, äh, Kästchen rausnimmst. Das wird aber Problem... ...und dann vor dem Kästchen wieder zurückführst, dass das da sich immer schön im Kreis dreht. Das wird aber problematisch, wenn ich dann das mit den einzelnen Lanes mache. Hm. Theoretisch nicht, du müsstest ja planieren, einzelne Lanes, du sammelst das an einer zentralen Stelle. Ja, es ist ja dann für jedes, ähm, für jede Ressource ist dann eine Lane. Jede Lane hat, zu sagen wir mal, eine von, eins von diesen Viererteilen. Eins von diesen Pads. Ja, eins von diesen vier, äh, kleineren Pads, was ich hier vorne habe. Ja, die hast du halt hinten an, an, nebeneinander stehen, wo immer halt eine Lane dran geht. Ja, dazwischen ist ein Block frei, damit er nicht von einer anderen Lane greifen kann. Genau. So, und auf der anderen Seite, äh, machst du den selben Spaß halt wieder weg. Und machst deinen separaten Produktionskreislauf dran. Naja, aber muss ich gucken, wie ich das, ähm... Na gut, ich kann's versuchen mit Stufen zu machen, dass die eine, äh, die einen... Die einen Förderbänder über die anderen drüber gehen. Aber das soll, äh, ein bisschen buggy sein. Ich hab sogar nur eine Stufe. Die so oben drüber. Na, wie soll ich das sonst machen? Ich muss das ja mit den, ähm... Die Lanes, die, ich, die von der Entladung kommen, müssen ja durchgehend sein. Die müssen ja dann weitergehen und sich alle zusammenkommen für eine Raffaerie und zum Verkaufen. Ja. Das heißt, ich muss ja irgendwie dazwischen reinkommen mit den Lanes vom, ähm, von der Produktion. Das ist ja dann wie wenn du, ähm, zwei Gabeln nimmst und dann da die Zinken zusammenpackst, weißt du? Du hast die einen Lanes, äh, von der Entladung, die sich dann hinten wieder zusammentun zum Verkaufen. Und du hast die anderen Lanes, die dann wie die, wie die Zinken von der anderen Gabel dazwischen rein müssen, um von den Pets nehmen zu können. Naja. Deswegen musste ich ja wahrscheinlich von oben drüber dann irgendwie kommen und die Teile sollen halt ein bisschen buggy sein. Nö, na, wieso oben drüber? Von der anderen Seite. Irgendwie von der anderen Seite. Ich komme doch... Von links kommt das Material an in den Speicher und von rechts geht, wird das Material rausgenommen zum Produktionen. Ja. Ja? Ja, und dann direkt daneben. Es ist ja jetzt mit einem Speicher, es ist ja kein Problem. Der erste... Nicht mehr, aber. Warte mal, ich baue das mal eben so, wie ich mir das... Ich habe nicht so viel, ich muss dann verkaufen von... Äh, Förderbänder, Förderbänder. Shop. GSO. Oder einfach mal drei Speicher pauschal. Oder behalte noch. Zack, 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 zack. Habt ihr irgendwo eine Prairie? Ja, was doch mal so, jetzt hier, an der Berg... Inventar, soo. Bierpack, soo. Da ist das. Dann habe ich jetzt hier Förderband. So. Kommt von da an. Das, was vorbei geht, liefert ab. Geht weiter. Kannst du zum Steam auch laufen? Ja. Läuft es da vielleicht ein bisschen schneller? Weißen nicht. Nicht so weit hinterher. Das kann ich ja nicht sagen. Steam? So, ein Block dazwischen Platz. Ich muss aber zwei Blöcke hier hin. Ja, so. Äh, äh. Ja, eigentlich ein Quatsch da hinten. Schon. Muss gleichzeitig gleichmäßig haben wollen. Ja, so im Steam ist auch schon weiter. Ich mache das mal aus. 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 So. So. Siehst du ja dieses komische Filme, was ich hier gebaut habe. Die ist gerade irgendwas, ja? Du musst jetzt zwei von diesen Vierer Pads sehen. ein Förderband und zwei Filter dran. Genau. So. Das ist jetzt zwei von den vielen Lanes, die es dann hinterher haben wird. Das werden insgesamt sein. Dann, wie viele sind das hier? Eins, zwei, drei, vier, sieben, acht, neun, zehn, elf Lanes. Das ist jetzt dein Raketenschiffchen oben ist. So, hier. So. Ähm. Linke Seite kommt das Material an, ne? Genau. So, linke Seite kommt Material an, bringt es nach rechts rüber. Wird hier aufgenommen. Und dann, wenn das Pad voll ist, geht es weiter zum Verkaufen. Weil das Pad dann nicht mehr aufnehmen kann. Das ist dann rechts der Brust zusammengeführt wird. Ja. Ähm. Ich hatte jetzt so gedacht. Du lass mal die linke Linie stehen. Mach die, nach diesen Verteilern, lässt du eins stehen. Und machst den Rest weg. Nach den Filtern meinst du? Nach den Filtern? Lass sie sich eins stehen, ein Band stehen lassen. Oder ob man da direkt mit den Speichern dran gehen kann. Ja, könnte man. Das ist jetzt viel größer, als es am Ende sein sollte. Ja, ja, ja. Warte mal, wo liegt das dann? Da jetzt direkt dran gehst. Was weiß ich, nimm... Nach den Filtern... Nimm drei raus, dass diese... Dass diese Speicherpads da reinpassen. Also quasi keine durchgehende Förderbande, sondern unterbrochen durch den Speicher. Den reinsetzen. Ach so, meinst du? Das geht aber auch nicht. Warum geht das nicht? Weil, also ich hab's zumindest noch nicht verurteilt, allerdings wenn's mit der Raffinerie nicht geht, wird's hier auch nicht gehen, weil das nicht durch den Speicher durch kann. Es kann nur von dem Pad genommen oder runtergenommen werden, aber es kann nicht durch das Pad durchgehen, um hinterher ums Verkauf zu werden, wenn's Pad voll ist. Muss vorbeigehen. Ähm, ja. Ja. Setz das da drauf. Also dazwischen. Wenn das Pad voll ist, kann ja nicht durchgehen. Dann läuft's ja auf der anderen Lane weiter zum Verkaufen ab. Wie meinst du? Das ist von, die linke Seite ist da, wo es, wo es ankommt. Ach, du meinst, dass dann die, die Lanes, wo es, wo es reinkommt, dann mit zum Verkaufen genutzt wird, oder was? Hm? Du kommst linke, linke Seite kommt das Material an. Naja, du meinst jetzt... Direkt auf, direkt auf die Pads verteilt. Also direkt auf, oben drauf gepackt. Naja, ich glaub ich mein... Wenn die nicht voll sind, kann ja nix mehr drauf gehen. Dann müsstest du ja automatisch weiterlaufen, oder nicht? Das kann, das kann auch so weiterlaufen, ne? Was meinst du denn hier? Deswegen wollte ich als Unterbrechung diese Pads da direkt dazwischen setzen, dass wenn die Fabrik hinten was anfordert, es von den Pads runter nimmt. So meinst du, dass ich dann hier hinten so ein Kreislein mache zum Verkauf, und dann direkt... Das ist dann von... Die linke Seite ist da, wo es Material kommt, und auf der Lane läuft es auch zum Verkauf. So, und davor, vorm Verkauf, kommen deine Speicher. Und die füllen sich erst mal. So meinst du. Wie ich jetzt hab. Warte, 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 sehe ich noch nicht. Das aussieht wie so ein verkrüppeltes F. Na, genau. Weiß ja nicht, ob wir die... Wenn du die zwei... Äh... Dinger sparen kannst, wenn du die Pads direkt an den Verteiler dransetzt. Müsste auch gehen, hab, müsste ich probieren. So, und hinten, also quasi auf der linken Seite, ähm, wie gesagt, kommt's, sagen wir mal, von oben, fährst du mit deinem Fahrzeug ran, oder halt von unten ja jetzt, so rum wie es jetzt läuft, fährst du unten ran. Das Material wird nach oben durchgeschleppt, und wird hinten zum Verkauf. So, und, ähm, bevor es zum Verkauf geht, nehmen sich die Pads weg, was sie brauchen. Also füllst du erst mal deine Pads. Mhm. Ja, wobei die Filter sowieso teilweise zu langsam sind, da geht auch sowas durch. Ja, das ist erst mal zweitens. Ja. Ähm, könntest dann, wie gesagt, die nehmen sich runter, packen das Pad voll, und die zweite Lane rechts, die lässt du einmal im Kreis laufen. Also quasi gehen nach oben weg, rechts rüber, runter, und wieder hoch. Und wenn die Fabrik nicht schnell genug ist, bleibt das Zeug auf der Lane liegen, und fährt wieder rein. Mhm, dann hier direkt wieder in das, ähm, da hab ich jetzt nicht die, einfach kurz neue. Wenn du jetzt was bauen willst, holt der sich ja aus dem Speicher sofort so viel, wie er braucht, ne? Mhm. Warte, da ist das... Wie vorhin, du hast gesagt, hier, du willst das und das bauen, und zack, lag zehnmal Holz drauf, und der kann sich aber nur viermal Holz rausnehmen. Mhm. Mhm. Richtig? Richtig. So. Dann müsste er, theoretisch, wenn er sich von zehn nochmal weggenommen hat, sechs weiterhin auf der Lane liegen bleiben, sprich, die fahren dann nochmal rum, bis sie wieder an der Fabrik vorbeikommen, äh, an der, an der Raffinerie. Sprich, es wird nichts weggeschmissen. Ja, so hier meinst du. Oder meinst du andersrum? Ich mein, so rum geht's auch. Dann fahren, dann, dann fahren. Und das als Kreislauf schließen. Dann fahren sie halt wieder, äh, auf die Pads drauf, ist ja auch in Ordnung. Dann zieht der sich neu und die fahren wieder auf die Pads drauf. Moment, was? Nein, du verstehst mich falsch. Du sollst das nicht nach drüben in die linke, die linke und die rechte Seite ist separat. Du sollst die rechte Seite als Kreislauf machen. Du sollst nicht wieder links rüber gehen, du sollst das nicht getrennt, du sollst das getrennt lassen. Verstehst du mich nicht? Ja, da hab ich aber dann vielleicht das Problem, dass der sich hier, äh, irgendwas, äh, was hier dann ewig auf dem Kreislauf draufläuft, weißt du? Warum? Du hast doch, du hast doch, ne, Bauauftrag gestellt. Weil im Endeffekt passiert jetzt nichts anderes, wie, okay, vielleicht, wenn du sagst, die Dinger sind nicht so schnell, dann nimmt er sich jedes zweite weg, hast du trotzdem die Hälfte von dem, was übrig ist, was verkauft wird. Und das soll verhindert werden, indem die Ressourcen, die zum Bauen rausgenommen werden, gar nicht erst wieder in die Lane zum Verkaufen reinkommen. Aber das Problem wäre jetzt eventuell, dass, äh, er sich hier was nimmt, das Zeug fährt an der Raffinerie vorbei, und sobald's vorbeigefahren ist, registriert er nicht, dass es immer noch hier drauf liegt, und er bestellt trotzdem neues Zeug. Und dann fährt das hier ewig im Kreis rum. Das muss man dann, äh, äh... Ja, und dann wäre es sinnvoller, wenn ich das dann, ähm, wieder vor die Filter packe, dass das wieder sortiert wird und wieder in die Pads reingeht. Richtig, so hatte ich's ja vorher. Das wäre eine Möglichkeit, aber wenn das jetzt so funktioniert, dass das, äh, wenn es im Kreislauf bleibt, und er kein neues anfordert, dann könnte man's einfach getrennt lassen. Ja, das, das seh ich ja, dann, dann werde ich mir dann... Genau, dann kann man's ja immer noch wieder einführen. Das so, wie's jetzt unten ist. Die Com wird rausgenommen, fährt runter, geht an der Raffinerie vorbei, wird nicht genommen, weil sie gerade in dem Moment voll ist, geht hoch und macht ne kleine Schleife wieder zurück. Mhm. Na, das sieht man ja dann, wie das, wie, ob das so hinhaut. Genau. Und da könnt's nen Filter reinmachen, von wegen nichts Raffiniertes bleibt in der kleinen Schleife hängen und geht ansonsten weiter. Ja, das wäre egal. In de Fabrik. Und das raffinierte Zeug, das wird ja sowieso alles, äh, also nach der, ähm, das raffinierte Zeug, nach der, nach der, nach der Fabrik ist nichts, nach der Raffinerie, äh, nach der Fabrik ist nichts, nicht Raffiniertes mehr. Sollte nicht. Also das hab ich hier noch nicht gesehen, dass hier was Raffiniertes, äh, was angefordert worden ist, durchgeht. Nein, nicht. Wie gesagt, das ist, äh, dass du das separierst. Und wenn du, und wenn du viel baust und der halt, äh, was weiß ich, du kriegst mit, dass dann immer die, die, diese, diese Verteiler zu langsam sind, dann machst du halt ein Verteiler mit Ressource A, Lücke frei, zweiten Verteiler mit Lücke, äh, mit Ressource A, was auf ein kleines Förderband und dann an das Ding dran geht. Äh, nee, das nimmt zu viel Platz, fact, ich steck mir, ich lass das einfach so. Also dir reicht dann eins. Naja, selbst wenn da, selbst wenn die Hälfte dran vorbeigeht, scheißegal, das Zeug ist auch so schnell gefarmt. Okay. Da fahr ich mal kurz durch die Pampa, mach den keinen Fall. Und das Geld brauch ich auch, weil, äh, das, das, das Herstellen ist, mach ich ja hauptsächlich, um die Teile freizuschalten. Und danach kann ich es ja natürlich immer noch nutzen, um die Fabrik zu nutzen allgemein, aber ich kann den Kripp natürlich auch einfach kaufen, weil, äh, ja. Und die zweite Lane, das wäre einfach zu viel Platz, weil ich hab jetzt gerade eben geguckt, wie viele Dinger es gibt in den Filtern. Äh, 22, das heißt, ich habe elf Lanes. Ja, jetzt kommt so noch das Unver, das, das kommt noch das Unveredelte an. Die zweite Variante ist das Veredelte. Mhm. Das heißt, ich brauche elf solche Pads, elf Lanes. Wenn dir das nimmt, das wird schon ziemlich groß dann. Ja, wie gesagt, wenn du mit dem, mit dem Speicherpad direkt an den Verteiler drangehen kannst. Nur so ein bisschen kleiner, ja. So, und dann mit dem Förderband, nicht so wie du es gerade hattest, dass du zwei ineinander, um es an der Planfläche, also an der Seite anzusetzen, sondern einfach stirnseitig direkt dran setzen. Mhm. Wenn du mit einem, mit einem rausgehst und theoretisch bräuchst du nicht mal eins wegzugehen, bräuchst du nur parallel an den Dingern langzugehen. Was ist denn theoretisch mit dem Speicheranfang? Elf Speicherpads? Ich würde dann erstmal die, die eine Lane machen. Also, wie zu, erstmal die, äh, die Hauptstrecke. Beziehungsweise hinten den, hinten die... Der Zentrum wäre der, 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 der Materialspeicher, diese elf Stück. Ich würde erstmal hinten die, hinten den Verkaufsteil machen. Ich muss, die Station muss ja irgendwo anfangen. Naja, so wie, so wie hier, wo habe ich sie angefangen? Hier hinten habe ich die angefangen. Dann würde ich jetzt hier hinten, hier zur Seite weggehen. Äh, also jetzt wenn ich hier das, die, die Verkaufspads, äh, die, 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 das große Pads jetzt rechts habe. Dann würde ich da links weggehen. Würde mir da die Raffinerie, die Zwangsraffinerie und den, das Verkaufsteil hinbauen. Und dann einfach von da aus ne, ne, großes Förderband runter. So, und dann von da aus anfangen weg zu gehen. Dass ich da die richtige Länge habe, mit den elf Stück. Damit würde ich anfangen. Also ich hätte jetzt mit den elf Pads angefangen. Weil dann, dann weißt du, wie, wie, wie breit sie sind. Ich kann aber die Pads nicht einzeln aufstellen, ohne Förderband dran zu haben. Also ich kann sie schon aufstellen, aber dann stimmt der Abstand nicht. Weil die frei platzierbar sind. Muss irgendwas haben, äh, wo ich es dran bauen kann. Dann müsstest du quasi erst eine Linie, eine Linie Förderband ziehen und die da dran stellen. Richtig. Ja. Deswegen sage ich erstmal die eine lange. Also erstmal den, den Verkaufsteil oben, weil der ist ja schnell fertig. Und dann von da weg die lange. Weil das gehört direkt. Wenn die Raffinerie und das, die Kanone, die es verkauft. Also das hier, die beiden Teile, hier liegt ein Mösserum. Die hier oben ins Eck basteln. Und dann halt von da weg die lange. Also du brauchst, äh, das soll, das wird auf jeden Fall alles, was durchgeht, wird vorm Verkaufen nochmal raffiniert. Richtig. Bei Raffinieren erhöht den Wert um 50%. Und die Raffinie war ja die, die nicht so schnell ist, ne? Richtig. Und wie verhinderst du das? Zwangsraffinerie. Eine was? Eine Zwangsraffinerie. Die beiden, ähm... Es sind keine Förderbänder zwischen dem beiden, äh, oder am Gerät vorbei. Wo ist das? Hier. Also hier geht schon ein Förderband vorbei, aber das ist nur für raffinerierte Sachen. Na ja, durch den Filter kommt nichts durch, was nicht raffiniert ist. Das musst du also hier stehenbleiben auf dem einen Block. Und geht dann in die Raffinerie rein. Und von da aus direkt in den, äh, Matroschka. Also quasi genau da, wo dieser letzte Verteiler ist, also dieser Block, der da verhindert, dass unraffiniertes durchgeht. Und dann von da aus geht's rechts rein in den... Genau. Und geht von dort aus raus direkt zum Verkauf. Ja. Und der Block hier mit dem, mit dem roten und grünen Pfeil. Ja. Mit dem Block oben drüber, das ist halt der Filter. Weil die andere Raffinerie raffiniert ja auch, wenn was vorbeikommt ohne Auftrag. Nimmt dir das Zeug ja einfach weg. Und raffiniert das. Aber die Raffinerie kann halt nicht raffiniert sein aufnehmen. Also muss nicht irgendwie was machen, was vorbeigeht direkt zum Verkaufen. Und damit ist halt sichergestellt, dass nur raffinierte Sachen vorbeigönnen und alles andere muss durch. Oh, war doch gut. Na, war völlig blöd, war völlig blöd gefragt. Äh, dreh mal auf die Strecke, wo die Produktion ist. So, von oben drauf. So, ein bisschen näher ran. Warte mal. Macht er nicht? Warum machst du nicht gleich die Geschichte? Du hast doch, äh, recht, ja, so ist irgendeine Richtung, genau. Lass, lass mal so von oben drauf. Ähm. Äh, ich nicht mehr. Ja, genau. Das hier umwege. Okay. Okay. Scheiße, Steam. Nein, nicht neu starten. Äh. Du hast doch jetzt, links ist die... Äh, Raffinerie? Äh. Rechts daneben. Ja, genau. Ist die Produktion. Und ganz rechts hast du nochmal eine Raffinerie, richtig? Ja. Warum machst du denn die Raffinerie nicht gleich so, dass du die dazwischen schiebst zwischen Förderbanden musst zwangsläufig alles... Weil, nein, muss ich nicht. Muss ich nicht. Muss ich nicht. Achso, dann würde gar nichts fertig raffiniertes schon durchgehen, ne? Äh, erst... Ja gut, es kommt ja von der Seite kommt ja nichts fertig raffiniertes. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier gucke, äh, in die Sachen, die ich baue. Hier baue ich zum Beispiel für das KI-Modul brauche ich Holz und keine, äh, Fieber und Klumpen. Achso, na stimmt. Okay, 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 okay. Ha! Ja gut, es war jetzt nur eine spontane Idee. Deswegen ja die zweite, ansonsten würde ich es ja auch anders machen, aber... Mhm. Die brauchen halt sowohl raffiniertes als auch unraffiniertes. Ja, ja, gut. Dann, neunisch gesagt. Wie gesagt, es würde mich interessieren, wenn du einen Kreislauf machst, ob das Ding registriert, wenn es zehn Stück raffinieren soll und es nur vier wegnimmt, ob es dann noch weiß, dass die drauf sind. Das kann man ja morgen oder so sehen, wenn ich das umbaue. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen überhaupt eine Mission mache oder ich baue die Station um. Sehen wir dann. Aber ich denke mal, ich werde hier komplett alles wegmachen, abgesehen von dem hinteren Teil mit den Batterien und den Generatoren, die bleiben. Die Generatoren sowieso, die kann ich nicht versetzen, die sind ja auf diesen beiden Steam-Vans drauf. Das gelbe Zeug oder was? Hinten das Gelbe, ja. Also das äußere Gelbe sind nur Panzerplatten. Achso. Aber da sind zwei gelbe Generatoren. Einer ist unter dem großen Speicherpad und einer ist daneben, da wo das Dampf rauskommt. Und die können nur an dem Ort stehen, weil da drunter sind halt hier solche Steam-Vans, wo dann normalerweise, wenn nichts drauf ist, kämen halt hier diese Fontäne raus, wie hier weiter hinten auch. Also das ist deine Energiequelle. Richtig. Ich habe es zwar dann halt zur Sicherheit, wenn doch mal was ausfallen sollte, da hier noch die drei Solar-Panels oben und ein Stapel-Batterien unten drin. So, dann wird das Ding hinterher auf alle Fälle wesentlich größer, die Station als jetzt. Jetzt mache ich erst mal aus den Laden. Du könntest quasi deine Speicher komplett mit Panzerplatten zumachen oder was? Äh, ja. Silotechnisch. Könnte ich ja. So, das ist auch Streamhaus hier.